So, einen wunderschönen guten Abend, hallo ihr Lieben, so, der Marc ist gerade dunkel, da ist er, da fängt er gut an, da ist er, so, hallo, hallo, ich hoffe Marc kann mich hören, easy, so, ich muss mal eben meine Alerts muten, ja, ich kann dich hören, kannst du mich auch hören, perfekt sogar, so, wollen ja nicht, dass die Alerts stören, heute, ja, die machen wir mal auf leise, auf mute, so, Leute, ich wünsche euch einen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, heute ist es endlich soweit, seit, ja, 12,90 Wochen versprochen und angekündigt, heute ist es endlich soweit, Technik steht, Marc und ich sitzen, ja, schön, dass ihr alle da seid, ähm, Thema heute, ja, brauche ich eigentlich nicht weiter darauf eingehen eigentlich, lang und breit angekündigt, für die, die es trotzdem nicht wissen und heute einschalten und normalen Game-Content sehen wollen, nein, heute nicht, heute haben wir das Thema legaler Waffenbesitz, äh, in Deutschland, ja, weil, ähm, ich schon sehr, 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 sehr oft danach gefragt worden bin, gerade, wenn ich auf Instagram Stories, ähm, poste vom Schießstand und besonders, wenn so Waffen wie ein AR-15 oder meine Benelli M3, ähm, ins, äh, Bild kommen, äh, habe ich, ja, Marc, da vergehen quasi keine 10 Minuten, dann, ist das denn legal, wo schießt du da, äh, kann ich das auch und so weiter und, ähm, ähm, ja, genau, und heute ist quasi eure Chance, wir klären auf, wir klären, wir klären auf mal, ne, der Dr. Sommer hier, ähm, wir klären auf über den, ja, genau, also Bienen und Blümchen und, äh, ja, ganz genau, ähm, ja, wir klären euch ein bisschen auf, wie funktioniert er denn, äh, alles und ihr könnt uns heute quasi dann löchern, bombardieren mit, ähm, mit, äh, Fragen. So, als erstes würde ich sowieso jetzt erstmal sagen, kann sich, äh, erstens der liebe Marc vorstellen und zweitens meine Mods, einmal bitte von dem lieben Marc die, äh, Twitch-Adresse und den YouTube-Kanal spammen, damit ihr auch alle, äh, mal ordentlich da ein Follow und ein Abo da lassen könnt und, äh, ja, ach, guck, der Rob hat schon wieder alles vorbereitet. Marc, dann sag mal kurz, wer du bist, viele kennen dich ja nicht. Genau, ja, ich steh, ja, äh, ich bin eigentlich eher so auf YouTube unterwegs, also ich hab zwar auch einen Twitch-Kanal, ähm, wo ich auch alle zwei Wochen streame, ähm, aber bei mir spielt sich das halt eher so alles auf YouTube ab, also ich bin halt schon lange Zeit, lange Zeit YouTuber und, ja, veröffentliche auf YouTube meine, meine Leidenschaften, zu denen halt auch Waffen zählen oder eigentlich auch schließlich Waffen, andere Leidenschaften, andere Leidenschaften habe ich, groß viele, also ich bin, äh, mit dem, mit dem Let's Shoot-Kanal, also der heißt Let's Shoot, der Kanal auf YouTube schon lange unterwegs und mach da halt so Dokumentationen über die Sachen, die ich so mache mit, äh, alles, äh, was da so mit dem Waffenbesitz zusammenhängt, also ich, zum Hintergrund vielleicht, ich bin halt, äh, schon länger Sportschütze und hab aber 2017 auch noch den Jagdschein gemacht, ähm, und das ist halt bei mir auch immer so ein bisschen zwischendurch mal Thema, aber eigentlich geht's bei mir auch viel um Sportschießen, Waffenbesitz generell und das dokumentiere ich einfach so ein bisschen auf meinem YouTube-Kanal und, ähm, ja, also wer sich da vielleicht ein bisschen informieren will, der ist da, glaube ich, bei mir ganz gut aufgehoben. Ich kläre auch manchmal über so ein paar Mythen auf oder mach auch mal so ein paar Videos zum Thema Politik, ähm, aber das ist nicht so, nicht so unbedingt Hauptinhalt bei mir, also bei mir geht's dann einfach darum, mal wirklich zu zeigen, wenn ich mir eine neue Waffe gekauft hab oder so oder wie ich dann auf dem Schießstand damit bin oder auch einfach mal so auf, äh, ballistisches Plastilin zu schießen, ne, also so Spaßvideos gibt's zwischendurch mal und so weit, das, das mach ich halt zwischendurch, ne. Jut, das hört sich doch gut an. Irgendwie saßt du grad schon wieder Asynchron bei mir aus, aber das ist egal, das ist nur minimal, da können wir mit leben. Ähm, ja, so, ich hoffe, ihr habt alle ein Follow da gelassen, ihr Lieben, ähm, ja, ähm, so, äh, was ist der Unterschied kleiner und großer Waffenschein? Da kommen wir jetzt gleich zu, zu den Fragen, ähm, ja, weil wir haben uns, der liebe Marc und ich haben uns das erstmal überlegt, um jetzt überhaupt ins, äh, Thema reinzukommen, ähm, wir müssen ja irgendwo einen Anfang finden und jetzt nicht einfach quasi Fragen machen wir danach, ähm, sondern damit wir jetzt quasi eine kleine Basis haben über den legalen Waffenbesitz in Deutschland, ähm, beten wir das jetzt nicht einfach nur so runter, sondern wir erzählen quasi unsere, ja, Sportschützenjagd, Lebensgeschichte, wie auch immer, äh, so wie wir quasi zu dem Hobby gekommen sind, welche Hürden wir dafür genommen haben, um in den Besitz dieser Waffen zu kommen. Ähm, ja, äh, wer macht einen Anfang? Mir ist das egal. Genau, ich fange am besten einfach mal an, ne? Ja. Ich mache, ich mache den Anfang. Ähm, ja, kann ich mal ein bisschen erzählen und zwar bei mir war es halt so, ähm, ich war längere Zeit bei der Bundeswehr und habe da auch ja schon immer so mit dem Thema Schießen zu tun gehabt. Muss ich allerdings gestehen, dass mich das damals nicht sonderlich interessiert hat, ähm, und dann aber Jahre später irgendwann, ähm, hatte ich da mal irgendwie wieder so Bock drauf, hab mich da so ein bisschen für interessiert und dann hatte ich einen, ähm, Bekannten im Bekanntenkreis, der Sportschütze war und der hat mich dann einfach mal mitgenommen auf dem Schießstand, das war glaube ich so 2012 müsste das gewesen sein. Und, ähm, da hat mich einfach mal mitgenommen, hat mir da einen alten 98er in die Hand gedrückt, also so ein altes Infanteriegewehr, ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg sozusagen, ähm, und hat mich damit einfach mal schießen lassen und dann war ich halt so direkt angefixt und, äh, das hat mir so viel Spaß gemacht und dann bin ich halt direkt auch dabei geblieben, ne? Und was ich halt so faszinierend fand, von Anfang an war eigentlich, dass man auf dem Schießstand, ähm, auch total runterkommen kann, also bei mir im Kanalbanner auf dem YouTube-Kanal, es steht immer Yoga mit Knarren und das ist auch heute noch so ein bisschen mein Motto. Das ist wirklich eine wunderbare Geschichte, wenn du einen stressigen Job hast oder so, dann gehst du halt auf den Schießstand, legst dich da hin oder setzt dich da hin und konzentrierst dich halt in dem Moment einfach nur das zu machen, was du da jetzt machst, halt eben schießen und da hinten in die Mitte von dem kleinen schwarzen Fleck zu treffen und das bringt mich persönlich immer total runter, also ich kann da super abschalten und, äh, für mich ist das eben wirklich wie Yoga, nur halt mit Knarren und so bin ich dann halt dazu gekommen und, ja, dann durch die Sportschießerei und auch durch so die Leute, die ich dann kennengelernt habe, da waren halt auch einige Jäger dabei und hab dann noch so ein bisschen über das Thema Jagd immer mehr erfahren und da wurde dann auch so ein bisschen die Lust geweckt, auch wirklich mal eben, ähm, zur Jagd zu gehen und hab dann tatsächlich 2017 auch den Jagdschein gemacht und, ähm, das ist so, ja, also mittlerweile das, was wirklich, also mir persönlich auch viel gibt, ähm, wir waren jetzt neulich noch eine Woche auf dem Jagdurlaub und haben, ähm, ähm, ja, ich hab mit meiner Freundin da auch angesessen und das war so wirklich, also, es sind einfach schöne Erlebnisse, die man hat und, ähm, ob es jetzt Sportschießen ist oder eben halt Jagd, man kommt halt unglaublich runter auf irgendeine Form und das ist so mein Hauptbeweggrund immer gewesen, warum ich halt schießen gehe. Und natürlich, weil es halt auch wirklich Spaß macht, ne, also es ist halt auch einfach ne schöne Geschichte, man hat auch immer so ein bisschen Technik noch mit dabei, man kann an seinen Waffen was rumbasteln und dann macht man hier wieder ne Optik drauf und da dann vielleicht noch was, was die Waffe dann irgendwie besser, ähm, handhabbar macht oder so, also man hat auch so einen Technikaspekt, weil es ja auch wirklich eine faszinierende Technik ist teilweise und das, äh, äh, ist so ein bisschen, ähm, ja, nerdmäßig kann man sagen und, äh, so kam das bei mir einfach, ne, und seitdem ist das auch so mein Lifestyle, muss ich sagen und möchte das auf keinen Fall auch, äh, mehr missen. Ja, guck mal, das sind so die typischen Geschichten. Bei mir, meine Geschichte, ja, ich könnte quasi eigentlich, äh, ein Amerikaner, ein, äh, US-amerikanischer Staatsbürger sein, was meine Geschichte angeht, wie ich ans, äh, Sportschießen gekommen bin. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal großartig, äh, im Stream erzählt habe, bei mir war das so, ich war zwölf Jahre alt, als ich zu Weihnachten bei meinen Großeltern kam und dort komisches, längliches Etwas unterm Tannenbaum lag, mit zwölf. Ich packte es aus, es war ein Luftgewehr, ein Walter 55, ähm, mit den Worten von meinem Großvater, Junge, du bist zwölf, ist wie Zeit, dass du mal das Schießen jetzt endlich lernst. Ja, kennt man sonst vielleicht aus Texas, so, von der Art her, ähm, aber, ähm, na, sag schnell, ähm, so bin ich halt da dran gekommen, ich mit meinem Großvater auf dem Skistand, ja, haben wir Luftgewehr geschossen und, äh, ich war direkt Feuer und Flamme, war da, hab dann viele, viele Jahre als Jugendlicher, als Teenager Luftgewehr geschossen, bis ich dann, äh, äh, mit 18 zur Bundeswehr gekommen bin. Ab da, ähm, ja, hat sich irgendwie das Thema Luftgewehr für mich erstmal beiseite und, äh, ich hab meinen Gefallen an großkalibrigen Waffen gefunden, das Schießen war für mich immer, äh, was Besonderes beim Bund und, wie gesagt, ich war ein paar Jahre bei der Bundeswehr und später, ich hab immer versucht, bei uns, äh, erste Kompanie, Stabsversorgungskompanie, äh, ja, einmal im Jahr eine Übung, ein, zweimal im Jahr um Skistand, ich hab immer versucht, bei irgendwelchen anderen Kompanien, wie gesagt, ach, die zweite, die dritte ist heute um Skistand, ähm, dass ich dann irgendwie mal, äh, mich dann immer mit anderen Kompanien dann, äh, quasi zum Schießen gekommen bin. Ähm, ja, dann war die Bundeswehrzeit vorbei und ich wollte unbedingt, ich so, das möchte ich, äh, zu meinem Hobby machen, ich hatte vollkommen das Interesse an, ähm, an, äh, Luftgewehr verloren. Hatte mich so ein bisschen mal interessiert, aber meine damalige Ex-Frau, die war absolut gegen Waffen, ich, äh, äh, als sie damals schwanger mit unserem Sohn war, musste ich sogar meine, äh, ganzen, ich hatte Schreckschusswaffen und so alles, sie wollte keine Waffen im Haus damit geben. Und ich hab's dann auch noch alles verkauft, außer mein Luftgewehr von Opa. Das hab ich auch bis heute noch und das würde ich auch nie abgeben. Nie. Nie. Und, ähm, ja, dann kam aber irgendwann, äh, Gott sei Dank die Trennung und das Erste, was ich gemacht habe, war, äh, ein halbes Jahr später, ja, mich auf die Hinterbeine gesetzt. Ich so, so, du suchst dir jetzt, äh, Sportschützverein. Und ich wusste vom Kumpel, dass er im Verein ist, ich ihn angesprochen, er sagt, komm nur einfach mit. Dann und dann ist nächstes Training, ich hol dich ab, wir fahren hin. Ja, und, äh, so lief das dann eigentlich ab, so wie bei vielen anderen Hobbys halt auch. Ähm, einfach reinschnuppern, Probetraining. Ich sag mal, so fängt's ja egal, ob du Fußball spielst, Judo, Hallen, Hallen, mal, keine Ahnung, äh, ob Kegelverein eintritt oder wie auch immer. Man geht erst mal, äh, zu einem Verein und, ja, nimmt dann ein Probetraining teil. So war das dann halt bei mir auch, beziehungsweise unser Verein hat keine Probetraining, da kann man dann einfach so, wenn dann irgendeiner, äh, mit möchte, kann zu jedem Training, wir haben da kein separatiges Training, für, ähm, und, ja, und dann nahmen halt die Dinge ihren Lauf. So, und, ähm, bei mir, ich, äh, erzähl jetzt einfach mal speziell bei mir, stand ich dann erst mal da und, ja, hm, äh, was muss ich jetzt machen? So, als erstes tritt man erst mal dann dem Verein bei. Ähm, das ist sowieso schon mal eine Grundvoraussetzung für, äh, ich sag mal jetzt, wenn wir jetzt erst mal in Richtung Sportschütze gehen, die Grundvoraussetzung, um überhaupt, äh, später eine Waffe legal besitzen zu dürfen. denn das ganz große Stichwort in Deutschland ist Bedürfnis. Man muss, äh, Marc, bitte unterbrech mich, wenn ich was Falsches sage, ja, man muss in, 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 äh, Deutschland ein, immer ein Bedürfnis haben, um überhaupt die Erlaubnis zu bekommen, eine Waffe zu besitzen. Ja, in Deutschland gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, es gibt, ähm, äh, z.B. der Sportschütze hat das Bedürfnis, weil er seinen Sport nachgehen möchte. Der Jäger, um, damit er jagen kann. Der Sammler, ja, es gibt auch die Sammler, weil wissen viele nicht, es gibt auch Sammler, ähm, damit die quasi ihre Sammlung, ja, wie auch, damit sie sammeln können, sag ich jetzt einfach mal so, salopp, ist auch ein Bedürfnis. Ähm, dazu kommen wir aber jetzt, oh, geil, werde ich Sammler. So einfach ist das nicht, also das ist, äh, hört sich einfacher an, als es ist, aber das ist somit die umständlichste Sache. Ähm, und dann gibt es halt noch, warte mal, welche Bedürfnisse hatte ich jetzt, Marc? Ich hatte Jagd, Sportschütze, Sammeln ist auch das skurrilste überhaupt, was man machen kann. Richtig. Ähm, was zum Beispiel in Deutschland kein Bedürfnis ist. Es gibt auch noch das Thema, ähm, äh, der Ton ist irgendwie ein bisschen verzögert, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das dauert immer so vier bis fünf Sekunden, bis ich bei dir bin, mit dem Ton. Äh, aber was ich noch sagen würde, zum Sammeln speziell, da wird es halt echt total skurril, weil, ähm, normalerweise ist es ja so, dass, ja, also da ist es halt so, dass, ähm, beim Normalen sagt der Gesetzgeber, ja, wir möchten ja so wenig Waffen im Volk wie möglich und beim Sammeln aber, da wirst, wirst du quasi gezwungen, mehrmals im Jahr eine Waffe zu kaufen, weil, wenn du keine Waffe mehr kaufst, dann geht, geht man davon aus, dass du ja quasi die Sammlung fertig hast, ne, genau, das ist also auch total skurril, also auf der einen Seite, ist es halt so, dass man halt so wenig wie möglich Waffen haben will, aber auf der anderen Seite, wenn du halt Sammler bist, dann musst du kaufen, ja, kannst auch vielleicht mal mit der Behörde aushandeln, dass du jetzt mal ein Jahr keine Waffe kaufst, weil es halt gerade kohlemäßig nicht so gut ist, aber eigentlich wirst du dazu angehalten, deine Sammlung stetig zu erweitern und das ist halt auch so, da merkt man schon so, das ist, äh, ganz schön skurril teilweise und dann gibt es natürlich noch das vierte Bedürfnis, was aber sehr, sehr gering vertreten ist hier in Deutschland, natürlich der Selbstschutz, aber es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, wir hatten ja gerade schon eingangs die Frage im Chat, ne, kleiner Waffenschein, großer Waffenschein, kleiner Waffenschein ist eine Erlaubnis zum Führen von Gaswaffen, ne, und der große ist halt zum Führen einer scharfen Schusswaffe, sage ich jetzt mal, zum Selbstschutz und das gibt es auch noch als viertes Bedürfnis, es ist aber natürlich so, dass das hier in Deutschland in nur ganz seltenen Extremausnahmefällen auch mal quasi genehmigt wird und das ist wirklich ein Erlaubnis, wo man dann eben eine Waffe kauft zur Selbstverteidigung, also wenn man wirklich, was weiß ich, irgendwie bedroht wird oder wenn man Geldtransporteur ist oder so, diese Menschen, die bekommen halt dann in der Regel so einen Waffenschein, bei den Geldtransportoren läuft das in der Regel über die Firma, wo die angestellt sind und so weiter, also alles hochkompliziert und das ist auch so wirklich so ein ganz spezieller Ausnahmefall, das gibt es aber als viertes Bedürfnis eben auch noch. Und stark reglementiert. Und das war es aber auch so. Sport, Sammeln, Jagd und eben Selbstschutz. Genau, wenn ich da jetzt so zum Beispiel auch bei dem Waffenschein mit einhangen darf, das ist zum Beispiel, gerade wenn du diesen Sicherheitsgewerbe ansprichst, steht ganz klar, das heißt dann nicht, dass dieser Sicherheitsbeamte, Sicherheitsmensch, nicht nur Beamte, Angestellte, da hat er nicht generell einen Waffenschein und darf auch privat damit rumlaufen, sondern der ist dann, dieser Waffenschein ist zum Beispiel, es gibt zum Beispiel unterschiedliche, zum Beispiel darf er dann eine Waffe, laut Waffenschein dann auch nur führen, wenn er in der Ausübung seiner Tätigkeit ist, als Geldtransporteur, Transporteur ist auch schön, oder zum Beispiel Atomkraftwerk, sehr sicherheitsempfindlicher Bereich, dann ist dann auch ganz klar reglementiert, und der Wachmann Müller darf diese Waffe, laut Waffenschein halt nur, wenn er das Objekt, Atomkraftwerk XY bewacht, und darf dann, die gilt natürlich nicht für ihn außerhalb, dieses Objektschutz zum Beispiel. Genau. Gut, also, das ist also das Thema Bedürfnis, was ich vorhin sagte. Gut, also, man tritt einem Verein bei, und jeder Verein ist einem sogenannten Dachverband zugeordnet, gibt es unterschiedliche, da gibt es den DSB, den BDS, den, wie heißt er jetzt noch, unser dritter Großer, hier, Mann, wie heißt er noch, unser dritter Großer. BDMP, hattest du schon gesagt? BDMP, genau, nein, BDMP, genau, da, der fehlte mir, DSB, BDMP, BDS, den großen Verbänden, das läuft automatisch eigentlich über den Verein, dem Verein, den der Verband, der, also, jeder Verein ist irgendeinem Verband angeschlossen, sei es jetzt der DSB, wie gesagt, BDS, DSU, es gibt ganz viele natürlich noch, ich habe jetzt mal so drei große genannt, DSU, obwohl DSU ist ja jetzt auch kein kleiner, und dort in diesem Verband, der ist auch ganz wichtig, dort müsst ihr dann halt auch Mitglied sein, ja, um dann, wie gesagt, und dann geht ihr erstmal eurem Sportschützenalltag nach, ihr seid zu dem Zeitpunkt noch ganz, ganz lange und weit von eurer Erlaubnis, der Waffenbesitzkarte entfernt, denn ihr müsst erst einmal, eine Voraussetzung ist, sehr oft trainieren, in diesem Jahr, und zwar, zwölfmal regelmäßig, oder 18 mal unregelmäßig, und, ja, zwölfmal regelmäßig bedeutet, theoretisch jeden Monat einmal, oder 18 mal unregelmäßig, kann es ja auch immer mal sein, August ist man im Urlaub, oder was auch immer, ja, ähm, das ist auf jeden Fall, das ist Mindestvoraussetzung, das ist, da haben wir jetzt schon drei Voraussetzungen, Vereinsmitglied, Verbandmitglied, regelmäßig dem Sport nachgehen, das wird dann halt dementsprechend im Verein, ähm, nachgewiesen, über Schießkarte, oder halt auch über das persönliche Schießbuch, was man führt, je nachdem, das wird vom Verein, Vereinen auch unterschiedlich geregelt, auf jeden Fall gibt es da dementsprechenden Nachweis, wie gesagt, meistens über das Schießbuch, und manche Vereine haben noch zusätzlich so eine Kladde, ähm, und, ähm, ja, dann, äh, wenn es dann quasi, das Ganze müsst ihr mindestens ein Jahr machen, ihr müsst mindestens ein Jahr, als, äh, einem Schützenverein, äh, müsst ihr als Mitglied sein, ähm, ich weiß nicht, ich weiß, äh, Verbandszugehörigkeit wurde geändert, beim BDS ist es kein Jahr mehr, es ist nur noch, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr beim BDS, ändert aber nichts daran, weil man sowieso ein ganzes Jahr beim, äh, beim, ähm, im Sportschützenverein sein muss, äh, aber der BDS hatte das irgendwann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mal runtergedreht auf ein Dreivierteljahr, aber wie gesagt, ändert nichts daran, besonders beim Erstbesitz, das ändert, äh, ich weiß nicht, obwohl beim Wechsel ist sowieso noch andere Regelungen, ne Marc, da war ja sowieso noch was, wenn man was vom BDMP im BDS wechselt oder so, aber das sind jetzt Besonderheiten, da wollen wir jetzt ja erstmal nicht drauf eingehen, ähm, wenn ihr das voll habt, dann müsst ihr noch, äh, ähm, eine Waffensache, Sachkunde, müsst ihr machen, das ist ein Waffensachkundelehrgang, und den müsst ihr auch dann quasi im Anschluss, äh, ein, äh, eine Waffensachkundeprüfung, ja, müsst ihr ablegen, da gibt es unterschiedliche, äh, 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 und dann läuft dann halt, gibt es dann halt irgendwann die Prüfung, ja, so, dann habt ihr schon, also, ihr habt, Vereinszugehörigkeiten, ja, Waffensachkunde, Dinge, kann ich auch noch was sagen, und zwar, ähm, ähm, äh, ja, ich habe so einen kleinen Waffensachkunde-Online-Trainer programmiert, ich habe den Link gerade mal in den Chat gepostet, wer einfach mal wissen will, ähm, was da so für Fragen behandelt werden, in diesem Waffensachenkunde-Kurs, der kann einfach mal die URL aufrufen, kann da, kann da eben als Gast reingehen, und kann sich einfach mal so ein bisschen durch den Fragenkatalog klicken, äh, ist auf jeden Fall ganz spannend, sich das mal anzugucken, was denn da so für Wissen verlangt wird, also, wer wirklich ernsthaft mit dem Gedanken spielt, da irgendwas, ähm, ja, da loszulegen, der kann sich da vorab schon mal so ein bisschen informieren, und mal die Fragen angucken, weil die Sachkundeprüfung, die muss man machen, da kommt man nicht drum rum, und da ist dieser kleine Trainer halt da, den kann man einfach so mal ausprobieren. Genau, da schaut gerne mal rein, wir können da auch nachher, vielleicht kann ich den vielleicht auch hier mal einblenden, aber ihr könnt ja schon mal draufklicken, wenn euch das interessiert. So, somit haben wir eine weitere Hürde genommen, wie gesagt, ich fasse immer mal wieder zusammen, ja, ich bleibe jetzt, also ein Jahr, ähm, Zugehörigkeit, Schützenverein, ein Jahr Verband, Waffensachkunde, regelmäßiges, ähm, Schießen, dieses, was ich, zwölf, beziehungsweise 18 Mal, was ich sagte, ähm, dann, wenn ihr das schon alles voll habt, könnt ihr immer noch nicht, äh, direkt losrennen, und, ähm, dann, äh, braucht ihr natürlich, müsst ihr auch noch die, äh, die, äh, müsst ihr euch noch ein Tresörchen kaufen, das müsst ihr vorher schon natürlich, weil bevor eine Behörde euch eine Waffenbesitzkarte ausstellt, müsst ihr sicher sein, sicherstellen, dass ihr die Waffe natürlich auch sicher lagern könnt, da hat sich in der letzten Zeit auch einiges getan, und, ähm, braucht man auch mindestens ein Tresor der Sicherheitsstufe, was haben wir jetzt, 0 oder 1, richtig, 0 oder 1, ähm, ich habe zum Beispiel hier, das ist kein, das ist ein A, B, nee, das ist ein A, dann habe ich noch ein B, äh, ich habe aber auch Bestandsschutz, Gott sei Dank, was heißt Gott sei Dank, ich brauche bald sowieso noch einen neuen Tresor, äh, wird so langsam alles so ein bisschen eng, ähm, der ist nämlich proppe voll, äh, der quillt aus allen Nähten, ähm, dann muss ich mir bei dem neuen halt 0er oder 1er holen, so, das heißt, die sichere Aufbewahrung haben wir dann, äh, auch erledigt, ja, wenn man das dann alles zusammen hat, die ganzen Punkte, ja, ihr habt das Jahr verbannt, Verein, ähm, ihr habt die Sachkunde erfolgreich abgeschlossen, die Prüfung, ihr seid, habt eure erforderlichen Trainingsnachweise, ihr habt euch ein Tresor, und alles gekauft, ja, dann kommt der ganze Papierkram, und, äh, ihr geht so dementsprechend, äh, zu eurer zuständigen Behörde, und könnt dann eure WBK beantragen, das macht man meistens halt mit direktem Antrag, mit der ersten Waffe direkt, ähm, ja, und dann, damit ich jetzt nicht die ganze Zeit, äh, nur was erzähle, gibt es da nämlich zum Beispiel unterschiedliche, ich habe nämlich zum Beispiel, direkt damals, äh, ähm, direkt mit einem, äh, Bedürfnis für eine, äh, Kurzwaffe im Kaliber, äh, 45, äh, ACP, und dann halt die gelbe WBK beantragt, weil ich halt einen, äh, ein Repetierer haben wollte, im Kaliber 8x57, ja, gut, und, ähm, so, ne, polizeiliches, ich sehe gerade, polizeiliches Führungszeugnis brauchst du nicht, das brauchst du zum Beispiel, wir nehmen das, äh, das brauchst du wenn dann beim Verein, aber du brauchst kein polizeiliches Führungszeugnis, um eine WBK zu beantragen, weil es wird sowieso, wenn du die WBK gemacht hast, ein kompletter Backgroundcheck gemacht, äh, du brauchst kein polizeiliches Führungszeugnis, das macht, äh, bei, äh, der WBK, äh, bei, komplett deine Behörde, also das wäre mir neu, also ich brauchte definitiv, also ich brauchte definitiv keine, das kann jetzt vielleicht der Marc beantworten, und der Marc sagt jetzt mal was zu den, äh, drei unterschiedlichen WBK, es gibt nämlich sogar noch eine dritte, eine rote. Wir haben kleine Latenz hier von 4,5 Sekunden. kann ich machen, also, man hat im Grunde eine grüne WBK, eine gelbe WBK und eine rote WBK. Die grüne WBK, die ist zum Beispiel für halbautomatische, ähm, Waffen, also sowohl Kurzwaffen, als auch, ähm, Langwaffen, also wenn du zum Beispiel ein AR-15 hast, das kommt halt auf die grüne WBK, und dann hast du zum Beispiel auch noch ein, äh, was weiß ich, eine Pistole oder so, oder einen Revolver, der geht halt auch auf die grüne WBK, und die grüne WBK ist aber zum Beispiel auch dafür da, Jäger, bei Jägern ist es so, dass die Waffen grundsätzlich auf einer grünen WBK eingetragen werden, denn es gibt ja eben, noch diese gelbe WBK, und diese gelbe WBK wird auch, ähm, Waffenbesitzkarte für Sportschützen genannt, da kann man eben bestimmte Waffen mitkaufen, ohne dass man vorher zur Behörde, äh, gehen muss, und sich quasi den Kauf vorher bestätigen lassen muss, das nennt man Voreintrag, das heißt, bei bestimmten Waffen, wenn man Sportschütze ist, ist es halt so, dass ich halt einen Voreintrag haben muss, dann muss ich also erst so mal im Verband gehen, und dem Verband halt sagen, okay, ich brauche halt diese Waffe für die und die Disziplin, dann gibt der Verband mir, ähm, eine, ähm, Bedürfnisbestätigung dafür, damit gehe ich dann zur Behörde, und dann wird ein sogenannter Voreintrag auf der grünen Waffenbesitzkarte, ähm, ähm, gemacht, und damit kann ich dann zum Waffenhändler gehen und diese Waffe kaufen, ähm, und bei der gelben WBK ist es so, da kann man zum Beispiel bestimmte Waffen, wie zum Beispiel eine Repetierflinte, ähm, allerdings, ne, Vorderschaftsrepetierflinte ist wieder grün, ist wieder so eine Ausnahme, so Pumpflinten, ne, werden etwas anders behandelt, das ist ein doofes Beispiel jetzt, also zum Beispiel der klassische Repetiergewehr, also halt 98er, K31, Mosinagant oder so, ähm, oder auch Einstellader, Kleinkalibergewehre zum Beispiel, die kann man einfach mit der gelben WBK kaufen, da gehe ich halt mit meiner gelben Waffenbesitzkarte dann in den Laden und lege die halt vor und kann es halt direkt dann mitnehmen, bin dann natürlich verpflichtet, die innerhalb von 14 Tagen bei der Behörde anzumelden, die Waffen werden ja in Deutschland alle grundsätzlich registriert, also es gibt halt ein nationales Waffenregister, da stehen also alle Waffen drin, die hier in Deutschland in Privathand sind, und, ähm, ja, das ist so ein bisschen so die Besonderheit bei der gelben WBK, die ist im Grunde wirklich nur für Sportschützen, bei den Jägern wird erstmal grundsätzlich alles auf eine grüne WBK geschrieben, weil es bei den Jägern auch so ist, dass die, ähm, Erwerbsvoraussetzungen, äh, etwas lascher sind, ne, also bei einer halbautomatischen, ähm, AR-15 zum Beispiel kann ich die als Jäger auch einfach so kaufen, weil es halt eine Jagdlangenwaffe ist, das heißt, da brauche ich keinen Voreintrag, ich als Jäger muss mir nur so einen Voreintrag holen, wenn ich eine Kurzwaffe kaufe, und, ähm, ja, dann haben wir noch die rote WBK, das ist die Sammler-WBK, das ist also wirklich, äh, für die Leute, die eine historisch wertvolle Sammlung aufbauen von Waffen, die haben dann so eine rote Waffenbesitzkarte, da wird dann alles eingetragen, äh, und die sieht auch ein bisschen anders aus, da ist also auch von vornherein schon ein bisschen mehr Platz drauf, denn auf eine normale Waffenbesitzkarte, äh, gehen nur acht Waffen, dann muss ich quasi eine neue beantragen, also die nächste, ne, das war jetzt bei mir das erste Mal der Fall, dass ich halt, ähm, auf meiner, äh, existierenden grünen Waffenbesitzkarte jetzt mittlerweile keinen Platz mehr habe, weil ich auch eine Waffe verkauft habe, oder zwei, und dann werden die halt nicht quasi gelöscht, sondern die werden einfach so durchgestrichen, und jetzt bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass ich die zweite direkt brauche, und, ähm, ja, so funktioniert das mit den Waffenbesitzkarten im Grunde. So, ich greife mal kurz nochmal ein, zwei Sachen im Chat auch ab. Klar, ähm, die 2-6er-Regel, die Jovi, äh, angesprochen hat, stimmt natürlich auch, aber jetzt gehen wir erstmal, erstmal nur grob, jetzt nicht jedes, äh, äh, Detail noch, damit euch der Kopf qualmt. Das sind so Fragen, die ihr dann noch stellen könnt, also, was Jovi anspricht, zwei, alle zwei, äh, also, alle sechs Monate zu Waffen, das ist die 2-6er-Regel. Ja, also ihr dürft nicht, damit ihr nicht Waffen hortet, äh, quasi zwei innerhalb von, äh, sechs Monaten kaufen. Ähm, Obehave, nein, ich kann den Chat nicht ausblenden, das hat folgenden Grund, das hat auch einen Sinn, erstens für Leute, die das ganz geschmeidig am Bildschirm, Vollbild gucken, im Wohnzimmer, äh, damit die auch den Chat lesen können und die Fragen sehen, die gleich kommen, ähm, des Weiteren wird das zum Beispiel auch auf, äh, äh, veröffentlicht, hier, äh, die Talkrunde und das ist dann halt, ähm, immer blöd, wenn man dann den Chat nicht liest, weil dann, wie du ja schriebst, man sieht den Chat im Browser, ja, aber nicht, äh, quasi die, die jetzt gerade zugucken, äh, auf YouTube, weil die können sich dann hier an dem Chat da auf dem Bildschirm orientieren, das hat schon seinen Grund, dass der auch so groß und fetter in der Mitte ist und ich finde es so klein, ist der liebe Marc und ich ja jetzt, äh, auch nicht, ähm, ja, gut, so, gut, dann haben wir jetzt die drei BBKs. Genau, dann haben wir noch eine Ergänzung zum Thema Schalldämpfer für Jagdwaffen, da ist der GB58 gerade drauf eingegangen ähm, und das mit den Schalldämpfern ist natürlich so, die müssen auch wie eine Kurzwaffe halt voreingetragen werden, jetzt ist natürlich erstmal die Frage, oh, Schalldämpfer, äh, taucht bei mir auch immer viel auf, weil ich hab halt jetzt den zweiten Schalldämpfer gekauft für meine Jagdbüchse, hab ich jetzt einen und ich hab auch noch einen Schalldämpfer auf meiner AR-15, da bekomme ich natürlich auch oft die Fragen, oh, Schalldämpfer, ist das überhaupt erlaubt in Deutschland? Und es ist mittlerweile so, dass man als Jäger in vielen Bundesländern die Möglichkeit tatsächlich hat, ähm, Schalldämpfer zu erwerben und diese auch bei der Jagd zu verwenden und da einfach mal, schon mal ganz klar gesagt, äh, bevor die Frage hier auftaucht, nein, das ist nicht wie im Film, das macht also nicht nur Plopp, sondern der, ähm, Schalldämpfer, ein guter Schalldämpfer, ähm, reduziert den, äh, die Dezibelanzahl ungefähr um 25 bis 30 Dezibel und ein Gewehrschuss hat so ungefähr 150 bis 155 Dezibel, also landen wir irgendwo bei 130, 125, kann man sich vorstellen, ähm, wie laut das immer noch ist, ne? Also es ist halt, äh, bei einem Schalldämpfer so, dass er so gerade an der Grenze ist, wo es im Ohr nicht mehr klingelt, ist also nicht so wie im Film und das, ähm, hat sich in den letzten Jahren dieses, diese Einsicht auch so ein bisschen durchgesetzt und es ist also jetzt so, dass wir dann, ähm, als Jäger auch Schalldämpfer kaufen können. Hier in NRW wurde das nach der Wahl eingeführt, also als CDU und FDP, ähm, ähm, gab es ja hier einen Regierungswechsel, ähm, SPD und Grüne sind ja abgelöst worden durch CDU und FDP, in NRW kann man das mittlerweile auch und deswegen habe ich auch Schalldämpfer und die müssen eben auch vorher beantragt werden, die kann man also dann auch wieder nicht einfach so kaufen, ähm, das ist halt auch wieder so eine Jägerbesonderheit, als Sportschütze kann man in der Regel einen Schalldämpfer gar nicht kaufen, ähm, das gilt halt wirklich nur für Jäger. Ja, ähm, der Daniel hat gerade eine schöne Zusammenfassung, äh, geschrieben, die können wir quasi auch so, die kann ich so zu 100% äh, unterschreiben, was wichtig ist, hat er dann auch nochmal unterlegt, das könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen, oder ich lese es mal laut vor, zusammengefasst, ein Jahr, äh, Verbandmitgliedschaft, in der Regel meldet der Verein euch beim Verband an, das ist so, ganz genau, da habt ihr eigentlich nichts mit zu tun, äh, in diesem Jahr muss, ähm, einmal im Monat, in Klammern zwölfmal regelmäßig, oder 18 mal aufs Jahr verteilt, 18 mal unregelmäßig, mit erlaubnispflichtigen Waffen trainiert werden, ganz genau, das habe ich vorhin nicht dabei erwähnt, hatte ich glaube ich als selbstverständlich, aber das ist natürlich wichtig, ähm, mit einer, äh, Luftpistole zählt das nicht, erlaubnispflichtig, ja, ähm, also nicht mit freiverkäuflichen Waffen, ab 18, sondern wirklich mit erlaubnispflichtigen Waffen trainieren, genau, zusätzlich muss eine Waffensachkundeprüfung erfolgreich bestanden werden, genau, wie gesagt, wenn ihr euch das interessiert, was ihr da alles können müsst, ich zeige mal hier kurz, ähm, also das ist hier, äh, was weiß ich, hier geht es um, verschiedene Waffen, was es da gibt, hier haben wir Signalpistole, äh, Kaliber, Munitionssorten, ähm, Nothilfe, Notstand, ähm, all möglichen Kram, rechtliche Sachen, und, 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 ähm, guckt einfach mal den, wie war der Link nochmal, hau ihn nochmal in den Chat, Marc, könnt ihr euch ja mal angucken, der hat da so einen kleinen Trainer, den hast du selber programmiert, ne, den Trainer, glaube ich, äh, jetzt ist er genau, da ist er, hier, waffensachkunde-trainer.de, äh, gönnt euch den. So, ähm, b-b-b-b, wo war ich, äh, bei Beantragung der WBK, ja, der Waffenbesitzkarte, wird dann die Zuverlässigkeitsprüfung, in Klammern, Backgroundcheck, ähm, durchgeführt. Sind alle Kriterien erfüllt, äh, und die Zuver, äh, Zuverlässigkeitsprüfung bestanden, äh, wird die, das war's, ja, wird die WBK ausgestellt. Genau, also wie gesagt, das ist, ihr müsst also keine, ähm, musste ich auch nicht, mir wäre das auch neu, dass man polizeiliches Führungszeugnis, es macht ja keinen Sinn, die Behörde ist die Polizei, oder, ne, also bei mir, also in Hamm ist zumindest die Polizeibehörde, ähm, ich brauche ja nicht vorher bei denen, äh, Führungszeugnis beantragen, und dann mit anderen gehe ich wieder dahin und sage, hier, äh, ihr habt ja gesagt, ich hab nichts, die machen sogar noch ein bisschen gründlich hin, also der Backgroundcheck ist ein bisschen gründlicher, als die oberflächliche, äh, ähm, na sag schnell, hier, polizeiliches Führungszeugnis, richtig, Marc? Äh, nee. Nee? Was war jetzt die Frage? Ich bin grad nicht mitgekommen, weil ich den Chat gelesen hab. Ach so, ähm, der, äh, Backgroundcheck ist der gründlicher, als die, das normale polizeiliche Führungszeugnis, wenn danach geforscht wird? Ich meine ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil die gucken auf laufende Verfahren, etc., oder so. Also was da gemacht wird, ich kann das erklären, ähm, das ist halt so, genau, die gucken halt ins, ins BZR, das ist das Bundeszentralregister, das wird in Köln beim BVA betrieben, die gucken ins ZSTV, ins Zentralstaatsanwaltliche Verfahrensregister, da werden so laufende Verfahren, ähm, gespeichert, die noch nicht abgeschlossen sind, und die sprechen auch mit der lokalen Polizeibehörde, ne? Also wenn du halt irgendwie stadtbekannter, äh, chaot bist, ne? Und nur Probleme machst, aber halt noch nie eine Straftat begangen hast, ähm, also das wird halt auf vielfältige Art und Weise sichergestellt, dass du da halt wirklich eben diese Zuverlässigkeit eben hast und das ist halt alles schon, äh, sehr, sehr, es läuft auch elektronisch, ne? Also es ist nicht mehr so, ähm, dass das irgendwie so von Hand gemacht wird, sondern da gibt es auch regelmäßige Verfahren, also wirst du halt alle drei Jahre zum Beispiel auch noch immer wieder mal neu überprüft, da laufen dann diese selben Verfahren wie damals bei der Ersterteilung, da wird also auch noch mal BZR abgefragt, ob halt irgendwas dazugekommen ist oder ZSTV und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr, sehr, ähm, ausgefeilt hier in Deutschland und das ist ja, finde ich auch ganz gut, denn ich glaube, wir sind uns einig, dass wir natürlich auch nicht wollen, dass da irgendwelche, äh, Chaoten oder so oder Straftäter womöglich dann legal sich da Waffen kaufen können, ne? Also das ist schon okay. Genau, also zusammengefasst dauert es mindestens, mindestens ein Jahr von Vereinsbeitritt bis zur ersten eigenen Schusswaffe. In der Regel ist man aber auch schon bei anderthalb Jahren, zwei Jahre dabei, weil erstmal ist es dann, dass man sowieso ein paar Probetraining teilnimmt, bis man dann im Verein aufgenommen wird, bis man dann Verbandmitglied ist und, 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 vergehen quasi von der ersten Idee, vom ersten Probetraining bis zur eigenen, äh, Waffe zu Hause im Tresor, ich sag mal, kann man roundabout, wenn es schnell geht, wirklich anderthalb Jahre, äh, locker rechnen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist also auch das Thema WBK, wie gesagt, äh, in den Medien wird halt immer von Waffenschein geredet oder auch nicht nur in den Medien, generell im Volksmund, ähm, ist es halt lapidar gesagt, wenn man eine privat, äh, großkalibrige, scharfe Schusswaffen haben möchte, braucht man einen Waffenschein, das ist, wie gesagt, so nicht richtig, da wir ja hier heute beim Waffentalk sind, reden wir quasi auch richtig darüber und zwar, ähm, wie gesagt, WBK ist nicht gleich Waffenschein, ähm, eine WBK ist eine Waffenbesitzkarte, wie gesagt, die drei unterschiedlichen hatte Marc gerade schon erklärt, ähm, und die berechtigen mich halt zum Kauf und zum, äh, Besitz einer Waffe. Der Waffenschein, der berechtigt mich eine Waffe Ich kann ja mal eben eine holen, dass man mal sieht, wie sowas aussieht. Moment. Ja, hol mal, hol mal da eine. Ja, ähm, zum Führen braucht man einen Waffenschein, das könnt ihr vergleichen, wie die kennen das, Schreckschusswaffe, dürft ihr so kaufen, ja, überhaupt kein Problem. Aber wenn ihr die zu eurem Selbstschutz, so ein Signal, äh, Schreckschusswaffe führen wollt, dann braucht ihr diesen kleinen Waffenschein. Für große Waffen, einen großen, also normalen Waffenschein. Aber, äh, den kriegt man, äh, nicht. Man kann sich sagen, ja, ich hab jetzt hier Waffen, ich möchte jetzt auch einen Waffenschein, dann fühle ich mich sicherer. Nein. Also Waffenschein kriegen nur ganz, 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 ganz wenige Leute. Darf man echte Waffen auf Twitch zeigen? Jein, ich habe mit, äh, darfst du? Allerdings, ich hab auch mit Twitch, mit den Twitch-Admins auch schon gesprochen. Ähm, im Grunde genommen spricht da nichts gegen, aber es könnte sich immer mal einer, man sollte jetzt nicht, so wie hier, oder weil ich gesagt hab, ich wollte auch mal so Waffenreinigungs-Streams machen, äh, jein, im Grunde kein Problem, aber wenn man mit Waffen halt, äh, rumfuchtelt, ähm, ne, gut, beim Waffenreinigen, wenn es zerlegt ist, wenn man eindeutig sieht, was man macht, ja, aber jetzt hier einfach eine Waffe, äh, irgendwie zeigen, da kam wieder einer verkehrt und hast du nicht gesehen, was zum Beispiel, was mir die Twitch-Admins auch erlaubt haben, ist mal vom Schießstand zu streamen, was wir auch irgendwann mal machen werden, ne, das wollte ich ja mit Sascha, dann haben wir auch gescheites Equipment und dann wird es auch irgendwann mal, äh, einen Livestream geben. Ja, also das steht auf jeden Fall auch noch auf dem Plan, da hab ich auch von Twitch das, äh, ja, und ich kann einfach vielleicht jetzt mal zeigen, wie diese, äh, Besitzkarten aussehen. Genau, und ich kann jetzt vielleicht einfach noch mal zeigen, wie sowas aussieht, also das hier ist zum Beispiel meine gelbe WBK für Sportschützen, die ist auch tatsächlich gelb, ich halt sie mal in die Kamera, dass man das auch mal sieht. Ja, sieht man nur nicht, früher war die richtig gelb, mittlerweile sind sie nur noch gesprengt. aber die ist wirklich so ein bisschen gelblich. Die grüne WBK kann ich, äh, und mit dir. Genau, und, ähm, meine grüne ist gerade beim Eintragen, äh, weil ich den Schalldämpfer gekauft hab, den zweiten, und der ist jetzt beim Eintragen und hier sieht man mal so. Dann hol ich mal eine grüne, warte, das ist der deutsche Jagdschein, ne, da ist dann aber auch hier, das ist ein, ja, das ist dann so mit Foto auch richtig und so, ne, also, das ist dann schon, ähm, etwas mehr, aber so sehen diese Dokumente aus, die muss man natürlich auch immer dabei haben, ne, also wenn man jetzt zur Jagd geht, dann, oder halt mit den Waffen irgendwie zum Skistand fährt, dann muss man natürlich immer diese Dokumente mit dabei haben, weil ich kann's mal zeigen, ähm, da wird dann natürlich hier auf der Rückseite, ähm, werden dann natürlich so die Daten von der Waffe eingetragen, mit Seriennummer und so, und dann kann, wenn die Polizei einmal anhält, was auch durchaus mal vorkommen kann, und die sehen irgendwie, oh, da liegt ein Waffenfutteral, ja, dann kann es passieren, dass die halt sagen, ja, jetzt machen wir mal eine Kontrolle und dann, ne, ähm, wird halt geguckt, ob die Waffe, die jetzt da in dem Futural ist, dann eben auch auf der Waffenbesitzkarte eingetragen ist, und man muss auch immer einen Personalausweis dabei haben, man muss sich ja auch ausweisen können, das ist natürlich auch dann in dem Moment wichtig, wobei man ja normalerweise den Person nicht immer mitnehmen muss, aber wenn man halt Waffen transportiert, dann muss man sich natürlich ausweisen können, und dass man auch wirklich die Person ist, die hier auf der WBK steht, ne. Jo, so, ich hab jetzt mal, äh, ne? So, sorry, war gerade so ein bisschen, äh, unkonzentriert. So, also, die gelbe WBK habt ihr gerade gesehen, und jetzt kommt die grüne, so, auch eben hier, abdecken hier. Moment. So, hier. Das ist dann, ich verdeck mal eben den Rest, ja, so sieht man ja auch nicht viel, äh, das ist halt die Waffenbesitzkarte, die grüne, die ist so ein bisschen grün gesprenkelt, deswegen sieht sie grün aus, ähm, da sind dann auch hier Waffen eingetragen, ähm, das ist dann hier nochmal die gelbe, hier, wenn man das so nebeneinander hält, kann man vielleicht erkennen, das eine ist grünig, die andere ist gelb, ja, äh, vor gelben hab ich nur zwei eingetragen, ähm, ja, dann haben wir hier noch, das ist zum Beispiel, äh, mein, äh, Sportschützenausweis quasi hier, das ist vom Verband, das Gerät hier, da bräuchte, da werden meine ganzen, äh, Meisterschaften, et cetera, und sowas alles, äh, eingetragen, so, dann habt ihr das nämlich auch mal gesehen, das sind also, ne rote hab ich nicht, die kann ich euch leider nicht zeigen, wie die aussieht, und so von wegen Sammelgebiet auch nochmal, ähm, rote haben aber auch die wenigsten, ja, ja gut, wir kennen ja gemeinsam, wir kennen ja welche, äh, ein unser gemeinsamer Freund aus dem Sauerland, äh, der hat ja sogar schon bis, äh, ich glaub bis, alle möglichen, also der hat schon, bis Baujahr Walter, alle Walter Waffen, bis Baujahr irgendwas in den 70er rein, das ist schon ein sehr großes Gebiet, wenn ich so von wegen, weil man fängt, um das zu erklären, so, weil ich kenne mich nicht ganz so gut mit der Sammler-WBK aus, aber wenn man die hat, da muss auch mit, ach, was weiß ich, was man da vorher alles noch schreiben muss, das ist auch erstmal egal, ähm, auf jeden Fall ist das sehr stark begrenzt, beispielsweise, was, sag mal ein typisches Sammlergebiet, vielleicht, äh, deutsche Repetierwaffen aus dem Ersten Weltkrieg oder sowas, ne, also erstmal relativ beschränkt, und dann wird das erweitert, wenn du das dann abgeschlossen hast, das was, äh, Marc vorhin am Anfang schon sagte, ähm, als Sammler wirst du gezwungen, zig Waffen zu kaufen, weil dann gehst du wieder hin, okay, und dann wird das zum Beispiel erweitert, deutsche und, englische oder wie auch immer, oder deutsche Langwaffen und Kurzwaffen, Erste Weltkrieg von, was weiß ich, Baujahr so und so, bis so und so, korrigier mich, wenn ich was falsch ist, er sagt, da bin bei Sammlerdingen jetzt nicht so ganz offen, ich kenne jemanden, der hat ein, ähm, Bedürfnis für, äh, für Taschenpistolen, der hat also diese, ganz viele von diesen kleinen Taschenpistolen, ähm, die hat ja als Sammelgebiet, und da sind wirklich, also so, so Kolibri und sowas, weißt du, so die Richtung, also wirklich so ganz kleine Pistülchen, mit, äh, ganz spezieller, kleiner Mini-Munition und so, die sind also wirklich, ähm, Mini-Miniatur-Ausgaben von Kurzwaffen, aber die funktionieren halt auch wirklich, ne, und das ist, hab ich mal, da war ich auch sehr erstaunt, dass sowas auch technisch halt überhaupt machbar ist, weil die sind wirklich teilweise nur so groß wie eine Streichholzschachtel, also wirklich richtig, richtig cool, ne, aber auch ein sehr spezielles Sammelgebiet, ne. Ja, ja, das ist natürlich auch ein schönes Sammelgebiet, Waffen aller Art, die gesetzlich nicht verboten sind, ja. Die Freifahrt, WBK. Aber WBK, äh, die rote, aber, äh, rote WBK heißt ja nicht gleich auch Munitionserwerb, richtig? Da kriegst du, oder kriegst du automatischen Munitionserwerb zu jeder Waffe auch eingetragen? Das ist mal so eine Frage, wie gesagt, ich kenn mich mit der roten nicht so aus. Ähm, 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 den musst du, glaube ich, extra beantragen, ne, ist ja zum Beispiel auch für mich als Jäger so, ähm, ich muss auch bei den Jagdwaffen, zumindest wenn es eine Kurzwaffe ist, muss ich den Munitionserwerb extra mit beantragen. Das ist, äh, bei Sportschützen wird der natürlich immer sofort mit eingetragen. Äh, logisch. Ich als Jäger kann aber, äh, bei mir nicht, Ich hab ja das Bedürfnis, ich kann jegliche Langwaffenmunition kaufen, egal, Ah, okay. Ja, so bei mir als Jäger ist halt so, ich kann jegliche Langwaffenmunition kaufen, egal, ob ich dafür eine Waffe habe oder nicht. Und beim Sportschützen ist es so, da kannst du immer nur die Munition kaufen, zu den Waffen, die du auch hast. Ne, Hintergrund ist halt der, bei der Jagd kann es halt sein, dass du dir vielleicht mal, äh, keine Ahnung, irgendjemand mal fragt, auch, mir fehlt diese Munition, kannst du mir die mal eben mitbringen oder so halt, ne? Was weiß ich, auf einer Drückjacht oder so, keine Ahnung. Das heißt, dann hast du den Vorteil als Jäger, du kannst halt einfach hinlang gehen und sagen, ich brauche halt das und das Kaliber. Und wenn das für eine Langwaffe ist, kannst du es halt kaufen. Bei Kurzwaffen ist es halt so, da muss ich als Jäger auch den Munitionserwerb extra mit beantragen. Das kostet dann halt ein bisschen mehr und deswegen ist das optional. Also ich könnte es theoretisch halt auch nicht mit beantragen. Ist mir auch schon passiert, ne? Und dann stand ich beim Waffenhändler und wollte Revolver-Munition kaufen und, äh, ja, da ist aber hier das Häkchen nicht beim Munitionserwerb und dann musste ich extra nochmal zur Behörde. Das wusste ich bis dahin auch nicht, weil als Sportschütze mich das vorher so noch nie betroffen hatte in der Form und, äh, ja, dann musste ich das nachholen und dann war das aber auch okay. Und bei den Sammlern wird es auch ähnlich sein. Also da wird es halt auch so sein, dass du wahrscheinlich diesen Munitionserwerb dann mit beantragen kannst, aber das weiß ich auch nicht so genau, weil dieses Sammelthema ist natürlich auch komplex. Du musst ja auch am Anfang so ein Gutachten erstellen lassen, all so einen komischen Kram. also, ähm, ja, ist schon aufwendig, ja. Gut. Ja, wie gesagt, das sind jetzt, das ist jetzt mal grob erklärt, von mir auch, ich denke mal, einfach strukturiert, ohne jetzt diese ganzen Besonderheiten noch, da gibt es natürlich viele, viele Besonderheiten, die auch hier drinstehen, ähm, zum Thema, ja, Sportschützenkarriere, wie, äh, man an solche Waffen kommt. Ähm, dann gibt es natürlich auch, Marc hat das vorhin gesagt, wir können ja mal durchgehen, was für Waffen wir haben. Ich fange mal jetzt mit meinen Waffen an. Ist eigentlich noch relativ übersichtlich. Äh, ja, ist halt, es ist halt auch kein günstiges Hobby und man gönnt sich halt alle paar Jahre mal was. Ähm, ich habe zum Beispiel in meinem, äh, B-Tresor, in meinem Kurzwaffentresor, ähm, habe ich, äh, zwei, äh, Kurzwaffen, bisher nur zwei, dieses Jahr soll eigentlich noch die, also es wird dieses Jahr noch eine Waffe geben, aber, ach, die, äh, Schützen unter euch kennen das, ja, aber das brauche ich noch, ich will mir die und die Langwaffe, ja, aber ich brauche eigentlich auch noch die, und die Kurzwaffentresor. Jeder, jeder, wirklich jeder, äh, äh, Waffenbesitzer hat im Kopf so eine Liste, ähm, was er unbedingt noch als nächstes braucht oder unbedingt haben will. Brauch ist immer so eine Sache. Haben will, bei mir ändert sich aber andauernd immer die, die, so ich sag mal, die Top 3, die ändert sich bei mir immer, äh, schlagartig. Ähm, ich habe auf jeden Fall, äh, zwei Kurzwaffen. Eine, sagte ich ja vorhin schon, und das war damals meine erste und, ähm, das ist eine Heckler und Koch, Mark 23, äh, ganz, ganz besondere Waffe, richtig, richtig schickes Ding. Habt ihr auch schon sehr, sehr oft gesehen, auf dem Schießstand, auf meinen Insta-Story-Videos, ähm, oder auch auf meinem YouTube-Kanal, da seht ihr die auch schon ein paar Mal, wie ich damit schieße. Dann habe ich noch eine kleine, das ist, äh, ein absolutes Biest, äh, mit der habe ich auch schon relativ erfolgreich, auch auf Landesebene geschossen, als ich noch intensiver Wettkämpfe geschossen habe, eine Ruger Mark II, das ist eine Kleinkaliber, äh, Pistole, also im Kaliber 22, ähm, LFB, beziehungsweise, äh, LR, ich sag immer LFB, sind ja in Deutschland hier, also LFB, ähm, LFB steht lang für Büchse, ähm, und LR wäre dann Englische für Long Rifle, und, ähm, ja, das sind meine beiden Kurzwaffen, eingetragen, selbstverständlich sind beides, äh, halbautomatische Kurzwaffen in der grünen WBK, dann seht ihr hier, den könnt ihr meinen, meinen, äh, B-Tresor könnt ihr sehen, der, äh, ach, mein A, meine ich, mein A-Langwaffenschrank, der, dort befinden sich fünf Langwaffen drin, und zwar, erwähnte ich vorhin auch, direkt beim Erwerb meiner gelben WBK, habe ich mir, ja, weiß ich nicht, für jeden Haushalt gehört eigentlich ein K98, äh, natürlich einen richtig schönen K98, äh, Mauser, von 1937, also Vorkriegsmodell, äh, komplett nummerngleich, also ein richtig, richtig schönes Ding, ähm, dann, ähm, entgegengesetzt zum, ähm, zum K98, befindet sich dort auch ein, äh, wunderschöner M1 Garant, ähm, wer kennt es nicht, Pling, sag ich nur, ähm, dann, habe ich ein AR-15, und, von Oberlandarm, ein sogenanntes OA-15, ähm, dann habe ich auch noch, äh, was fürs Grobe, äh, eine Schrotflinte, und zwar eine halbautomatische, beziehungsweise, es ist eine besondere, es ist eine Benelli M3, und die, äh, die Besonderheit der Benelli M3, ist es eigentlich eine halbautomatische Flinte, ähm, sie lässt sich aber umstellen, zu einer Vorderschaftsrepetierflinte, man kann beides mit ihr, ja, offiziell ist es, ähm, eine halbautomatische Flinte, ähm, aber man kann dort zum Beispiel auch, wird von sehr, sehr vielen Behörden auch benutzt, Vorteil dabei ist es, halbautomatisch, natürlich supi, es kommt aber immer mal vor, dass dort auch andere Munitionssorten geschossen werden, irgendwelche, Gummigeschosse oder sonst was, keine Ahnung, was man damit noch alles verschießen kann, wo zum Beispiel, ähm, nicht genug Rückstoßenergie erzeugt wird, um die, ähm, im halbautomatischen Betrieb, ähm, laufen zu lassen, dann wird einfach umgestellt, und man kann, pumpen, ja, das ist also meine Benelli M3, und dann habe ich noch einen Unterhebelrepetierer, ein, ja, letzte Scheißding, das habe ich mir nur, weil ich sie geil finde, so irgendwie fand ich die cool, die habe ich mir aus USA importieren lassen, und zwar, äh, eine Mosberg 464 Zombie Edition, ich weiß, viele von den Waffenaffinen werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ich wollte, ich habe dafür, ich habe da einen Apfel und eine Eifel bezahlt, die Dinger kosten nichts, ich habe da, glaube ich, 600 Euro habe ich dafür bezahlt, da hat mein Händler auch noch einen Dicken drauf gehabt, das, das klappert an allen, äh, Enden, aber ist egal, ich finde das einfach nur witzig, das Ding irgendwie auf Tactical und so aufgemacht, das Einzige, was brutal ist, dieses klappernde Gerät, Marc, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal geschossen habt, wenn nicht, musst du die mal mit mir schießen gehen, die ist im Kaliber 30-30, das Ding, also das F-Wort, ähm, mehr in die Schulter rein, als ein K98, ja, also das ist schon, macht schon Spaß, ich habe damit aber erst 20-30 Schuss oder so gemacht, ich habe Angst, dass mir das Ding beim 50. auseinanderfällt, äh, aber egal, das war es mir auf jeden Fall, äh, wert. Ja, das sind also, ich glaube, jetzt habe ich es, ne, zwei Kurzwaffen, fünf Langwaffen, das sind, äh, sind quasi meine Waffen. So, ich kann ja schon mal jetzt hier auch mal auf ein, zwei Fragen eingehen, die ich gerade so sehe, erklär doch mal, welche Anforderungen es an die Tresore gibt, hatten wir schon am Anfang, ganz einfach, derzeit, also meine sind jetzt nicht mehr, also ich habe Bestandsschutz, um Gottes Willen, äh, A, B funktioniert nicht mehr, wenn man jetzt einen neuen Tresor kauft, braucht ihr mindestens, äh, Sicherheitsstufe 0 oder 1, ja, was das genau ist, äh, ne, die sind halt alle klassifiziert, ähm, um, 0 oder 1 zu haben, müssen die gewisse Voraussetzungen erfüllen, das hat aber uns nicht zu interessieren, wenn der zertifiziert ist, ich weiß nur, dass damals, äh, bei dem B, der muss dementsprechend doppelwandig und was weiß ich nicht sein, interessiert ja auch einen hier, wenn man hier, was weiß ich, ein Auto muss, die und die Voraussetzungen, die und die Werte haben, um bei der AU durchzukommen und ein Tresor, der und der Sicherheitsstufe oder die und die Abgasnorm zu erreichen, beim Tresor muss er die und die hier doppelwandig, das wird halt so, äh, ähm, damit er halt, ich sag jetzt mal, Sicherheitsstufe 0 kriegt, muss dann die, 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 die Stärkesohn zu dick sein, muss eventuell da und da doppelwandig sein, die Tür muss doppelwandig sein, ähm, wie auch immer, ähm, ne, aber wichtig ist eigentlich nur 0 oder 1, ne, äh, sind die M1 und K original von damals oder nachgebaut? Nein, das sind Originale, die ich habe. Das sind, äh, Original. So, wird das auch mal kontrolliert, dass die Waffen wirklich verschlossen werden, meine ich? Ja, es kann jederzeit, man tritt als Sportschütze, sämtliche, nicht sämtliche, man tritt ein, ähm, äh, Grundrecht quasi, äh, ab. Und zwar, ich weiß nicht, welches Grundrecht ist, dieses hier zu Hause, hier, du, dein, dein Recht, normalerweise darf, selbst wenn die Polizei, jetzt bei irgendjemandem bei euch vor die Tür steht, müsst ihr die nicht reinlassen, ja? Das ist euer, da gibt es irgendwie, da gibt es auch irgendein Paragraph, das steht im Grundgesetz darin, ähm, ihr braucht die nicht reinzulassen, ich schon. Wenn die Waffenbehörde kommt, muss ich sie reinlassen, ähm, ja, die brauchen keinen Durchsuchungsbefehl oder sonst was, die können jederzeit quasi... Ja, Moment, ganz so ist es nicht. Schieß los. Also es ist halt so, du kannst auch sagen, ich lasse die nicht rein, aber wenn, aber wenn du die, wenn du denen halt sagst, nee, ihr kommt hier nicht rein, oder du kommst hier nicht rein, dann ist das halt so, dann bist du im Grunde in dem Moment deine Zuverlässigkeit los. Ja, das meine ich ja, das ist ja das Problem. Also du kannst auch jederzeit sagen, nee, ihr kommt hier nicht rein, aber dann ist die Zuverlässigkeit halt weg, ne? Genau, ja gut, da habe ich mich falsch ausgedrückt, da ist er natürlich recht, aber das, was Max sagt, ihr müsst in dem Sinne, in Anführungsstrichen, müsst ihr sie reinlassen. Natürlich müsst ihr das nicht, weil, Dankeschön hier, Unverlässigkeit der Wohnung, Artikel 13 des Grundgesetzes, na genau, das ist im Grundgesetz verankert und man tritt in dem Sinne Grundrecht ab. Ja, also Grundrecht, wenn ein Waffenbesitzer neben euch wohnt, das ist einer mit der bestkontrolliertesten Staatsbürger und ja, man muss jederzeit da mitrechnen, dass die mal spontan vorbeikommen und sagen, schönen guten Tag, Herr Schmidt, Meier, Müller, wie auch immer, Sie hier, zeigen Sie mal, wo lagern Sie denn Ihre Waffen, ja. So, ja, ansonsten, wie gesagt, jetzt so allgemein, ich glaube, wir können jetzt so auch genau in die Fragerunde übergehen, zum Thema Beschusszeichen. Ja, also wir haben jetzt hier noch eine Frage zu Beschusszeichen, das ist also auch ganz interessant, also es gibt in Deutschland tatsächlich so eine Art Waffentüff und zwar gibt es dafür die sogenannten Beschussämter und jede Waffe in Deutschland, die jetzt zum Beispiel sportlich genutzt wird oder jagdlich oder wenn man auch selber Änderungen an der Waffe, an der Waffe macht, also ich habe jetzt zum Beispiel an einem meiner Waffen einen Schalldämpfergewinde halt aufschneiden lassen, dann müssen diese Waffen neu beschossen werden und das machen halt dann diese Beschussämter und das ist im Grunde so eine Sicherstellung wie beim TÜV, beim Auto, nur die Waffen werden dann mit 20% erhöhter Ladung beschossen und wenn die das dann halt quasi aushalten, dann kriegen die den Beschussstempel und sind dann sozusagen als beschossen eingestuft und damit dann auch sicher. Lustigerweise ist eine Waffe bei mir, wo das Schalldämpfergewinde dran geschnitten wurde, beim Beschuss kaputt gegangen. Also jetzt, die Waffe ist nicht kaputt gegangen, sondern der Schaft ist gerissen. Das war also ein hochspannendes Thema. Dann musste ich mir nämlich erst mal noch einen neuen Schaft besorgen, aber glücklicherweise war da CZ, das ist eine Waffe von CZ gewesen, so freundlich und haben mir kostenlos eine Ersatzschaft zur Verfügung gestellt, weil das halt eigentlich nicht passieren sollte. Aber da sieht man mal, die nehmen es halt wirklich ernst und packen da wirklich halt eine 20 oder 30 Prozent überladene Patrone rein und das ist halt schon, ja, danach weiß man halt, dass die Waffe sicher ist oder nicht. Und ja, ich habe ein bisschen Delay. Ich weiß nicht warum, wir hatten das vorher im Vorfeld ein wenig getestet, aber irgendwie ist jetzt der Delay etwas länger. Ja, deswegen ist es ein bisschen komisch. Weiß nicht, aber kriegen wir schon den. Also wundert euch nicht, wenn wir uns unterhalten und da so drei, vier Sekündchen dazwischen sind. So, ja, dann schieß mal raus. Ich kann natürlich den Ton von meinem OBS muten und auf Discord gehen, dann... Dann ist nur das Bild asynchron des Todes, ne? Ja. Ja, das ist halt die Frage, was jetzt besser ist. Ob man sich, ob man einen angenehmen Gesprächsfluss hat oder halt ein synchrones Bild. Ja. Das ist jetzt die Frage. Leute, angenehmen Gesprächsfluss oder synchrones Bild? Was ist lieber euch? Komm, haut mal rein hier. Was ist lieber euch? Das ist auf der... Ihr Satzbau-Segsitzen. Gesprächsfluss ist besser. Gespräch. Ja, denke ich. Okay, dann mute mal. Also dann lassen wir jetzt hier über Dingens laufen. Machen wir da über Discord. So, okay, wunderbar. Jetzt ist natürlich das Bild vom lieben Marc komplett asynchron um drei, vier Sekunden, aber egal. Das ist, denke ich mal, jetzt bei diesem Thema ist das auch kackegal, ob das synchron ist. Du kannst ja vielleicht so einen Schleier vom Mund machen oder so. Dann fällt das ja gar nicht. Oder den Popschutz. Nee, fass auf. Ich mach den Michael Jackson so, weißt du mal so. Ja, genau. Da fällt das doch überhaupt nicht auf. Nein, aber pass auf. Es ist besser jetzt, weil es ist immer so drei, vier Sekunden Versatz gewesen und das ist unglaublich schwer. Ja, das ist genau. Und was auch noch offen ist, ich könnte ja auch noch vielleicht mal kurz erzählen, was ich denn so für Waffen habe. Genau, schieß mal, schieß mal los. Also angefangen hat das bei mir. Meine erste Waffe war ein Mosinagant mit PU, Zielfernrohr. Und das kommt daher, weil ich habe damals so diesen Film Dual Enemy at the Gates total abgefeiert. Das ist halt so ein Scharfschützen-Duell. Und da hat der russische Scharfschützer halt dieses Modell. Mosinagant, EU. Genau, Vasili Zaitsev. Und das war einfach so, ich habe den Film gesehen und habe gedacht, das Ding muss er haben. Und das habe ich mir dann auch wirklich als erste Waffe gekauft. Es ist fürchterlich, der Abzug hat sieben Kilo. Also Abzug des Todes quasi, aber wirklich eine coole Waffe. Und ich habe mal einmal damit sogar ein Video gedreht und zwar wollte ich da diese Szene aus dem Film nachstellen. Da schießen die auf irgendwie 140 Metern Kabel durch oder so. Das habe ich halt nachgestellt auf dem Schießstand. Das waren allerdings nur 50 Meter. Und habe dann mit dem Ding auf 50 Meter beim ersten Schuss tatsächlich ein Kabel durchgeschossen. Also das war schon sehr interessant. Also es ist eigentlich wirklich erstaunlich. Das Ding ist halt von 1936, also auch sehr alte Waffe, wie präzise die doch immer noch sein können. Also wirklich ein tolles Teil. Dann habe ich noch eine Kurzwaffe, eine CZP-09. Das ist so eine Full-Size-Pistole, die ich sportlich habe. Dann habe ich natürlich jetzt durch den Jagdturn auch noch einige Jagdwaffen. Also ich habe zum Beispiel noch einen AR-15, so wie du auch. Bei mir halt nur mit Schalldämpfer drauf noch. Dann habe ich eine Pumpflinte, also eine Mosberg 500. Eine ganz klassische Jagdbüchse von CZ im Kaliber 8x57. Habe ich auch noch. Dann habe ich noch einen Revolver, einen Weihrauch-Revolver, den ich auch bei der Jagd halt führe. Also den habe ich immer so als Seitenwaffe mit dabei für verschiedenste Anwendungsfälle. Also wenn man halt zum Beispiel mal schnell hantieren muss mit der Waffe oder so, dann ist so eine Kurzwaffe nicht schlecht. Die habe ich dann immer dabei bei der Jagd. Dann habe ich noch eine Kalaschnikow, habe ich mir jetzt neulich gekauft. Ist das denn legal? Ja, das ist legal, weil es ist halt zivile. So, ich nehme das jetzt mal vorweg. Wieso darfst du dir eine Kalaschnikow kaufen? Also ich weiß es aber. Also ich habe mir halt eine zivile Kalaschnikow aus China gekauft. Die hatte mir einen Freund. Wir haben so eine Sammelbestellung gemacht und dann haben wir in China halt diese Dinger bestellt. Der ist halt auch Händler und ja, also es ist halt eine zivile, also kein Vollauto, sondern halt einfach nur semi-automatisch. Vollauto ist ja in Deutschland komplett verboten im Grunde. Also es gibt so Ausnahmen für Leute, die zum Beispiel für die Bundeswehr irgendwelche Optiken entwickeln oder so, die natürlich dann diese Optiken oder auch anderes Zubehör mit den echten vollautomatischen Waffen testen können müssen. Also die kriegen dann vom BKA so eine Sondergenehmigung. Das ist aber auch wieder was ganz Spezielles und betrifft Privatmenschen einfach überhaupt nicht. Also du kannst durchaus sagen, also für Privatleute ist vollautomatisch der Besitz von vollautomatischen Waffen in Deutschland halt verboten, weil die halt unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen. Also wir kriegen halt immer nur Halbautomaten und da habe ich mir halt so eine Kalaschnikoff halt jetzt gekauft. Einfach weil ich die, ja, die Technik ist halt da auch wieder interessant. Es ist halt wirklich sehr einfach aufgebautes System, aber es funktioniert sehr gut. Also es ist halt auch ein indirekter Gasdrucklader, also es funktioniert zum Kolben und es ist alles eigentlich wirklich, muss man sagen, keine schlechten Waffen. Und der Abzug ist auch erstaunlich gut. Das hat mich ein bisschen erstaunt. Ich dachte so, die Chinesen so, äh, weiß ja, wie das so ist, wenn man was in China bestellt. Aber der Abzug ist wirklich tatsächlich ganz nice. Ja, was habe ich noch so? Ein K31 aus der Schweiz. Das ist so ein gerade Zugrepetierer. Auch eine tolle Waffe. Und, ähm, habe ich sonst noch irgendwas? Nö. Ja, meine Freundin hat ja auch noch, ähm, ist ja auch im Waffenbesitz-Thema drin und die hat noch eine Ruga, eine kleine 10-22. Und so kommt halt eins beim anderen, ne. Und so jetzt die nächste Sache, die ich mir eigentlich noch mal so holen will, ist so irgendwie entweder halt eine halbautomatische Flinte oder eine richtig schöne Bockflinte. Ähm, halt dann aber eben auch für die Jagd halt, also für Turntaubenschießen und eben halt auch Jagd auf Niederwild oder so. Also, ja, so in die Richtung geht das. Und vielleicht noch mal ganz kurz, ich hatte es gerade im Chat gesehen, weil wir jetzt auf den Chat so ein bisschen eingehen wollten, ähm, zum Thema Jagd. Also, da wurden ja auch gerade noch mal so Fragen gestellt, ja, Jagd, was kostet das? Also, die Kosten sind im Grunde, wenn ihr den Jagdschein macht, unterschiedlich. Also, ihr könnt das bei euch lokal im Hegering machen. Also, in der Kreisjägerschaft ist das in der Regel ein bisschen günstiger, als wenn man das halt zum Beispiel an so einer Jagdschule macht, wie ich das gemacht habe. Also, ich habe an der Jagdschule einen Wochenendkurs gemacht. Der ging dann über sechs Wochenenden komplett, Freitag, Samstag, Sonntag, also Vollzeit, kann man sagen. Und, äh, mit Lernpause zwischendrin und dann, und so weiter. Und dann macht man halt irgendwann die Prüfung. Das hat insgesamt gekostet, so um die zweieinhalbtausend Euro. Und, wenn ihr das aber im Hegering macht, dann ist das ein bisschen billiger. Und weil auch noch die Frage aufkommen kam, ab wie vielen Jahren kann man denn den Jagdschein machen? Ähm, da auch noch mal, ähm, erwähnt, es gibt also den sogenannten Jugendjagdschein, den kann man also im Grunde ab 16 machen, ne? Und da bekommt man ab 16 schon den Jagdschein ausgestellt, den Jugendjagdschein und kann dann zum Beispiel mit seinem Vater oder mit jemandem, also man kann dann in Begleitung halt jagen gehen mit einem normalen Jagdscheininhaber zusammen. Aber da gibt es auch wieder so Einschränkungen, man darf halt keine Gesellschaftsjagden machen mit dem Jugendjagdschein. Aber den Jugendjagdschein, also den kann man halt dann umschreiben lassen, ähm, wenn man 18 wird, in einen ganz normalen Jagdschein und dann hat man quasi den Vorteil, dass man dann, äh, im Grunde die gleichen Rechte hat wie ein normaler Jagdscheininhaber. Das ist halt dann da in dem Moment vom, ähm, Alter abhängig, ne? Also wer wirklich jetzt schon sagt, okay, ich möchte, äh, in die Zukunft in das Thema, ähm, Jagd reinwachsen, dem möchte ich wirklich ans Herz legen, sich mal mit dem Thema Jugendjagdschein zu beschäftigen, wenn man jetzt unter 18 ist. Und ansonsten, Thema Jagdschein, ähm, ist wirklich eine tolle Sache, aber ich sag's auch gleich, es ist eine sehr herausfordernde Ausbildung. Also es ist halt nicht so, dass man das mal eben so macht, sondern es ist halt wirklich, man muss sehr viel Stoff lernen, ähm, und es ist sehr umfangreich und die Prüfung ist halt auch nicht ohne. Man muss auch so eine Schießprüfung ablegen, ne, wo man dann zum Beispiel von, was weiß ich, zehn Tontauben eben auch eine bestimmte Anzahl trifft. Oder man muss halt den laufenden Keiler beschießen und da auch, ähm, ja, von fünf Schuss, glaube ich, drei Wertungstreffer oder zwei, das ist auch so ein bisschen bundeslandspezifisch, äh, muss man dann halt abliefern, also, und dann natürlich noch Theorieprüfung, Praxisprüfung, wo man dann quasi so Stationen abgeht und dann erzählen muss, äh, hier ist jetzt hier eine Spur und welches Tier ist das, was ist hier passiert und so, also sehr, sehr umfangreich. Aber es lohnt sich, man lernt viel für sich selber auch über die Natur und, ähm, ja, über die Zusammenhänge in der Natur, also das ist auch eine tolle Geschichte. Das nochmal so am Rande, weil es gerade im Chat auch nochmal gefragt wurde. Ja, nee, ist ja auch Thema. Ich habe mal zum Thema Jagd kann man auch, ich wurde dort auch schon oft gefragt, ob ich das auch mal mache. Gerade weil ich auch, hatten wir auch schon das Thema öfter The Hunter gespielt haben und gucken, wenn ich The Hunter spiele und dann, ah, und wolltest du nicht auch mal? Und ja, ich werde auch irgendwann den, äh, Jagdschein machen. Nur das hatte ich auch schon oft bei mir in Streams gesagt, das dauert noch ein paar Jahre und zwar habe ich jetzt einfach, ähm, die Zeit nicht dazu. Ähm, ich habe halt einen Sohn, der zur Hälfte bei mir lebt und ich habe das halt, ich habe meine Stream, entweder ist mein Sohn hier oder ich streame. Er ist halt, ähm, er ist acht Jahre alt und, ähm, ich möchte halt keinen zwei Wochen, äh, Crashkurs machen oder drei Wochen, sondern ich möchte das ganz gemütlich bei uns im Hegering machen. Ich möchte diese Ausbildung genießen. Mal, mir geht es im Grunde genommen nicht, äh, primär direkt um den Jagdstand, sondern ich freue mich an sich tierisch auf diese Ausbildung, ja. Und ich habe so Bock und ich möchte das halt ganz in Ruhe hier bei uns im Hegering machen. Ich kenne dort auch ein paar Leute, ein paar Jäger und, ähm, ich möchte halt wirklich in aller Ruhe mein grünes Abitur irgendwann mal, äh, machen und es alter nicht, es läuft mir nicht weg und, ähm, das werde ich irgendwann, ich sage mal, wenn so ein Mann in so einem Alter ist, wo er dann auch froh ist, wenn Vater abends mal nicht zu Hause ist, ihr wisst Bescheid, was ich meine. Und dann möchte ich den Jagdschein machen. Wird noch ein paar Jahre dauern, er ist erst acht, aber wenn er mal so 13, 14, äh, 15 oder was, wie gesagt, dann ist er froh, wenn er alter abends aus dem Haus ist, weil, äh, die Jäger unter euch kennen das. So ein Jagdschein, das dauert ein halbes Jahr, äh, denke ich mal so, round about in dem Hegering, dann bist du auch zwei Abende weg und am Wochenende dann auch mal und so. Und, ähm, ja, so sind dann halt, äh, die Pläne. So, dann auch um Fragen noch einzugehen, die eine Frage, ob von mir ein eigener Gantube-Kanal kommt. Nein, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, Ausrufezeichen YT. Ähm, dort gibt es auch schon Videos von mir, vom Schießstand. Ich mache keinen Unterschied, also ich mache nicht unterschiedliche Kanäle, das jetzt für Vlogs, das jetzt für Schießen, das jetzt für Gaming, ich haue alles in einen rein. Ich bin eh hauptsächlich zu 99% Streamer. Ähm, auf meinem YouTube-Kanal gibt es auch immer mal wieder Content, da gibt es auch immer mal wieder was vom Schießstand. Ähm, einfach mal im YouTube-Kanal folgen oder auch besonders Instagram, da kommt sehr viel vom Schießstand, weil ich mache eigentlich immer, wenn ich beim Training bin, immer mal ein paar Insta-Stories von so ein paar Waffen da. Gibt es auch öfter mal auch, ähm, 50 BMG, schieße ich dort auch mal, um euch das mal zu zeigen, wie das knallt. Ich selber habe keine. Habe ich auch noch nie geschossen. Noch nie? Ich habe die schon sau oft geschossen. Steht aber auf meiner Liste so. Ja, dann kommst du mit mir mal mit, dann schießen wir. Also was auch sehr geil ist, übrigens 338 Lapua Magnum, das ist auch ein tolles Kaliber. Also das ist so, da schießt du auf 300 Meter mit, so wie auf 25 Meter oder so. Das ist einfach geil, also top. Ja, und, ähm, wo auch mal, das hatten wir auch noch nicht, wo die jetzt gerade Kosten-Jagdscheine, wir haben noch gar keine gesagt, Kosten-WBK. Ja, schwierig, ne? Schwierig, aber wenn man das mal zusammenrechnet, ich war Roundabout auch bei 2000 rum, ähm, man muss halt die Einzelpreise zusammenrechnen. Ja, also im Roundabout kommt ja auch locker irgendwo um die 2000 Euro bis in der WBK, weil, ich rechne euch das mal vorher, ihr kriegt nicht irgendwann eine Rechnung und das müsst ihr zahlen, sondern ihr fangt an, ihr tretet einem Verein bei, dann habt ihr erst einmal, je nach Verein habt ihr unterschiedliche Aufnahmegebühr. Bei dem einen Verein zahlst du nichts, bei dem anderen 100, 200, 300, 400 Euro Aufnahmegebühr. Ihr kennt das von vielleicht einem anderen Sportverein, ähm, dann habt ihr den Jahresbeitrag, der zusätzlich abzuleisten ist, ähm, dann habt ihr natürlich, ihr schießt, weil die Frage auch, äh, vorhin auch aufkam, gehe ich jetzt auch drauf ein, ähm, mit welchen Waffen schießt man denn dann? Natürlich mit Leihwaffen vom Verein, dafür hat jeder Verein eigentlich Leihwaffen für, weil, anders würde es ja nicht funktionieren, jeder Verein hat eigentlich Leihwaffen und dann schießt ihr quasi mit den, äh, ausgenudelten Dingern, Nein, je nach Verein habt ihr natürlich auch gute Waffen, ähm, schießt ihr dann mit dementsprechenden Leihwaffen vom Verein, ihr bekommt dann halt auch dann, äh, vor, vom Verein die Munition ausgibt, das müsst ihr aber natürlich, klar, die Leihwaffe müsst ihr natürlich nicht bezahlen, eine Gebühr dafür, das ist natürlich im Vereinsbeitrag mit drin, aber die Munition, die ihr natürlich verschießt, plus zum Beispiel, unterschiedlich, nicht jeder Verein hat einen eigenen Schießstand, das heißt bei Luftgewehrvereinen, ja, weil sie irgendwo im Keller schießen oder so, ähm, aber halt, äh, nicht jeder, ähm, großkalibrige Sportschützenverein kann sich einen eigenen Schanz leisten, unsere auch nicht, wir sind auf drei verschiedenen Ständen präsent, die wir fest angemietet haben, ähm, äh, demnach nehmen wir noch zusätzlich immer ein Gebühr, eine Gebühr, wenn man zum Training kommt, muss man bei uns zumindest, äh, nochmal extra ein Fünfer zahlen, immer an Standgebühr, oder Gasschützen müssen noch was zahlen, so ist das dann halt auch, also dann kommen noch halt Gebühren für die, äh, Waffensachkundeausbildung, je nachdem sind da auch nochmal 100, 150 Euro für fällig, für die Waffensachkunde, liegt so um die 100, 150 Euro roundabout, sag ich mal, ähm, dann natürlich die Anschaffung der Tresore, muss vorher auch sein, sonst kriegt ihr die WBK nicht, wenn ihr den sicheren Nachweis nicht erbringen könnt, ähm, dann, ähm, natürlich noch, äh, die ganzen, äh, Gebühren beim Amt, und wenn du das roundabout zusammenzählst, kam ich halt auf 2000 Euro, ne, da ist noch keine Waffe dann dabei gewesen. Genau, ich hab's für mich auch mal ausgerechnet, bei mir waren's, äh, für Sportschießen waren's so 1500 Euro, ne, also, da kommt man so in diesen Bereich halt, ne, einfach Vereinsgebühren, Beitrittsgebühr, Verbandsgebühr, ne, und die Anträge kosten ja auch noch ein bisschen Geld, und die Sachkunde, und der Tresor, den man ja auch kaufen muss, ne, den muss ja vorher schon da sein, du kannst ja nicht erst eine Waffe kaufen, sondern den Tresor musst du ja auch nachweisen, gegenüber der Behörde, also da kommt halt einfach so einiges zusammen. So, ich würde, sehr, erstmal muss ich den Chat loben, äh, ich hätte echt heute mehr Toleritis, äh, Trolle hier erwartet, ganz, ganz toller Chat, erstmal ein Lob, ähm, sehr aktiv, es macht richtig Spaß hier heute, wie gesagt, haut ruhig eure Fragen raus hier, ich versuche alles irgendwie auch noch, äh, unterzukriegen, ich versuche hier alles Mögliche, äh, auch lesen zu können, schreibt's ruhig auch mehrfach rein, also, ihr werdet jetzt nicht, äh, hier gepurcht, bestraft, weil ihr hier ein und dieselbe Frage da dreimal gestellt habt, natürlich macht's nicht, äh, oh, er hat jetzt 21, 22 nochmal, nochmal, aber ihr könnt die natürlich, äh, natürlich auch öfter posten, eine Frage, ganz genau, Bullrock Spaß kostet natürlich, ganz klar, dass, ähm, ja, das sind natürlich ein paar Eurohähnchen. Aber du kriegst auch teilweise für Spaß, kriegst du auch, äh, Spaß für kleines Geld, ne, zum Beispiel, ich hab damals für meinen Mosin Nagant M44, den hab ich mittlerweile aber verkauft, das ist so ein kurzer Mosin Nagant, ähm, der wirklich viel Spaß macht, weil der Lauf so kurz ist, und, äh, die Ladung von der Patrone ist auch, ähm, 7, 6, 2x54R, quasi für längere Läufe ausgelegt, da kriegst du immer einen riesen Feuerblitz da vorne raus, ist das nicht diese chinesische Surplus-Munition? Ja, ja, ich hab die auch, da hab ich, warte mal, ich versuch mal das Video rauszusuchen, hab ich auch schon, hab ich natürlich auch schon mit geschossen, Junge, da kannst du, das ist Flammenwerfer, das Ding. So ein Feuerball, Junge. Und da hab ich irgendwie auf E-Gun oder so, hab ich die damals erschleigert, irgendwie für, keine Ahnung, für 67 Euro oder so, weißt du, also manchmal denkst du dir auch so, okay, ich kauf jetzt hier eine scharfe Waffe, und die kostet mich irgendwie 67 Euro, wie utopisch ist das? Also es gibt auch sehr coole Waffen für kleines Geld, also es ist nicht immer so, wenn man jetzt natürlich ein AR kauft oder so, klar, dann bist du natürlich mit so 1,8 oder so, bist du dabei, oder auch mehr, Grenze nach oben ist natürlich offen, ja, aber man kann auch, sag ich mal, manchmal macht man auch so Schnapper und dann freut man sich halt, oder auch meine Mossberg, ich hab halt diese Mossberg 500 Pumpe, die hat irgendwie, die hab ich gebraucht gekauft, ich glaub für 190 Euro oder so, und das ist total toll, das Ding, richtig noch mit Holzschäftung und Walnussholzschaft und so, also richtig, richtig tolle Pumpe. meine Pumpe ist ja, also ich hab ja keine, es ist eine Pumpe, aber wie gesagt, die M3, die ich hab, ist halt eine Besonderheit, ich hab da auch noch einen Schnapper mitgemacht, die ich hab, also ich hab, haben vorhin auch ein paar gefragt, oder einer, was für eine Benelli M3 denn ich habe, ich habe die Benelli M3 Chromo, also die Chrom Edition Super 90, kostet nochmal Listenpreis 2, 2, 2, 3 rumkostet die neu, ich habe die bei Igan ersteigert, vom Jäger, der hat das Ding, ich sag nur so, auf dem Ding war ein Leupold mit 8-fach Vergrößerung drauf, wo ich auch schon gedacht hab, ich so, ich so, ja, gut, dass das da drauf ist, keine Ahnung, was du da mitgemacht hast, aber, dann hab ich hier, ich so, hat der da überhaupt einmal mitgeschossen, also so eine typische Jagdwaffe, ich hau mal ein 8-fach Leupold drauf, was ich noch so hatte, ich stell das mal in den Schrank und so nach 10 Jahren, ich brauch die eigentlich doch nicht oder ich brauch Geld oder was auch immer oder die Frau hat Hochzeitsdach, ich muss die zu was einladen und ich hab die für ein Tausender gekriegt, also eigentlich eine neue Waffe für ein Tausender, nur dass er halt 10 Jahre bei irgendeinem Jäger im Schrank stand. Ja, ja, das ist ja so, als Jäger, du kannst sie halt einfach so kaufen und dann nimmt man sowas halt auch mal mit, wahrscheinlich irgendwie, so, ach, ja, hier steht jetzt hier rum, ich hab grad das Geld, dann kauf ich das halt mal, weil da bist du natürlich als Jäger ein bisschen freier, gerade so im Langwaffenbereich, kannst du natürlich einfach mal eine Waffe kaufen. Es gibt für Jäger auch ja nicht diese 2-6er-Regel, wie bei Sportschützen, darfst du ja im halben Jahr nur zwei Waffen kaufen, als Jäger gehe ich in den Waffenladen, lege ich 100.000 Euro auf den Tisch und sag hier, da hinten von der Ecke der Wand bis zu der Ecke der Wand, pack mal ein Junge. Das ist halt skurril irgendwie, dass da so Unterschiede gemacht werden. Bei mir ist es natürlich noch witzig, ich bin jetzt Jäger und Sportschütze, das heißt, wenn ich eine sportliche Waffe kaufe, dann unterliege ich den ganz normalen Sportschützen-Regularien, also 2-6er-Regel und Voreintrag und Voreintrag für eine halbautomatische Langwaffe oder so, und wenn ich aber Jäger bin, obwohl ich ein und dieselbe Person bin, dann habe ich diese Regularien nicht und das ist halt, da fühlt man sich irgendwie so ein bisschen schizophren, teilweise. So, Frage von Mathis, kauft man die Waffen immer beim Waffenhändler oder auch zum Beispiel auf Amazon? Das schönste, bei Amazon muss ich so ein bisschen grinsen. Nein, also, theoretisch, wenn Amazon Waffenhändler wäre, könnte man sie auch bei Amazon kaufen. ja, aber das sind, es gibt, du kannst sie, um das mal, es ist ja gar nicht jetzt so weit hergeholt, Amazon, du sicher kannst du Waffen auch im Internet kaufen, ja, hier zum Beispiel, äh, Frank und Monika, äh, da kann man auf die Seite gehen, kannst du die Waffen kaufen, bestellen. Ich habe zum Beispiel auch, oder halt, eine Seite gibt es, was ich gerade sagte, ich habe meine Benelli, ich habe auch meine Ruger Mark II, habe ich auch von E-Gun, also, ich habe schon zwei Waffen ersteigert. E-Gun ist sowas wie eBay, und, ähm, da habe ich dann halt meine Waffen ersteigert. Du kannst sie ganz normal, also wie gesagt, das mit dem Amazon, haben wir jetzt, äh, ein bisschen drüber gelacht, aber, du hast ja nicht so Unrecht, aber, das sind natürlich Waffenhändler, bei denen man kauft. Die haben eine sogenannte Waffenhandelslizenz, ja, sonst dürfte man da natürlich nicht kaufen. Waffen, also, ich habe alle meine Waffen auch, ja, äh, vom Waffenhändler und nicht von Mr. X hinterm Bahnhof, der hat meistens keine, äh, dafür brauchst du aber auch keine WBK, dafür reicht die schwarze WBK. Die schwarze WBK, ich wollte gerade sagen. Die schwarze WBK, genau. Ähm, also das, äh, ja, also ich habe auch schon ein paar Waffen bei Igan gekauft, aber halt auch, ähm, eben bei Händlern, also, das ist eigentlich, ja, ist ja auch reglementiert in Deutschland, also auch auf Igan zum Beispiel ist halt jemand dahinter, der halt eine Waffenhandelserlaubnis hat. Ganz genau. Ja, nur so geht das. Sinner fragt, wenn ich mit Igan zum Schießstand gehe, ob er dann auch schießen darf. Natürlich darf er dann mit. Er wird der Einzige sein in diesem Falle, der schießt, weil ich werde mit dem lieben Sascha dann alleine auf den Schießstand gehen, äh, und dann bin ich, sowieso Aufsicht. Und, ähm, das heißt, ich werde gar nicht schießen, also es wird die ganze Zeit nur Sascha schießen, weil ich Aufsicht bei ihm machen werde. Ja, würde ich alleine schießen, könnte ich das, weil ich quasi zur Aufsicht, das ist halt so eine Sonder, Sonderheit mit diesen Standregeln, äh, Marc unterbricht mich, wenn ich was Falsches sage. Wenn ich alleine auf dem Stand bin, ich darf halt Aufsicht führen. Wenn ich alleine bin, darf ich auch alleine schießen, ohne Aufsicht. Sobald eine zweite Person mit auf dem Stand ist, muss eine, ist eine Person davon auf sich, dürfen nicht beide schießen, richtig? Genau, vollkommen korrekt erklärt. Also, das ist halt in Deutschland auch so, wenn du jetzt auf den Schießstand gehst, um das nochmal ganz klar rauszustellen, um in Deutschland auf einem Schießstand zu schießen, musst du im Grunde nur die Altersregularien einhalten, ne? Also, jeder kann theoretisch in Deutschland irgendwo schießen gehen, reglementiert ist nur der Besitz, ja, und das Schießen ist nur reglementiert nach dem Alter. Also, wenn du jetzt auf den Schießstand gehst, ne, und du bist 14, dann kannst du zum Beispiel Kleinkaliber schießen und Einzelladerflinten, ne? Also, Einzelladerflinte halt klassisch die Bockflinte, obwohl die halt zwei Läufe hat, gilt die aber als Einzellader, weil halt beide Läufe einzeln geladen werden. Das heißt, du kannst auch als 14-Jähriger zum Beispiel schon Skid schießen oder Trab schießen, also auf Tontauben, ne? Oder eben halt Kleinkaliber. Was wichtiges, Turbo, das haben wir vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Wir haben natürlich nur vom Waffenhändler gesprochen. Von Privat zu Privat dürfen wir natürlich auch, ja, also ich könnte, Marc könnte mir jetzt ohne Probleme ein Gewehr abkaufen, eine Pistole oder umgekehrt. Natürlich gilt auch, vollkommen das Gleiche. Ich muss natürlich dann, es gibt halt eine bestimmte Prozedur, die man dann durchläuft. Dafür, das ist, deswegen ist auch, das kriegt man alles in der Sachkunde beigebracht. Das ist halt wichtig. Man muss halt ein paar Sachen einhalten, wenn ich zum Beispiel, beispielsweise ich möchte jetzt meine, Herr Klau Koch, meine 540er an Marc verkaufen. So, gehen wir mal so. Er jetzt hat ja zum Beispiel, er geht jetzt schon aus, er will die als Sportschütze erwerben. So, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich darf, ich würde, ich würde wie folgt dann vorgehen. Dann kommt der liebe Marc vorbei, machen wir jetzt auf die persönliche Ebene. So, dann muss er mir, er legt er mir erstmal seine WBK vor, ja, und seinen Ausweis. Dann gucke ich, ob dort ein Voreintrag drin steht. Es müsste halt, es müsste halt, wenn er meine Pistole haben möchte, müsste in der grünen WBK drinstehen, halbautomatische Kurzwaffe, Kaliber 45 ACP. Das muss davor mit Dienstsiegel drinstehen. So, und dann ist Grunde genommen die Überprüfung okay, man kann natürlich auch noch zusätzlich quasi, man muss dann natürlich darauf achten, auch noch ein wichtiger Punkt, dass dieses Bedürfnis nicht älter als ein Jahr alt ist. Wenn dort nämlich jetzt zum Beispiel heute drinstehen würde, Marc kommt heute zu mir und da steht drin, 27.05.2018 ist der Voreintrag ungültig, weil der Voreintrag nur ein Jahr gültig ist. Dann kann man natürlich noch die Behörde anrufen, nochmal doppelchecken. Hier steht der HS-Punkt und mit der und der Nummer und, und, und. Das kann man dann auch noch machen. Und ja, dann kann ich ihm meine Pistole quasi verkaufen. Ich muss dann den Verkauf meiner Waffe, Entschuldigung, mit allen Daten melden. Ja, wir machen dann dementsprechend einen Kaufvertrag und alles dann fertig. Und dann melde ich zum Beispiel meiner Behörde, dass ich meiner Waffe, die und die mit der und der Seriennummer, verkauft habe an Herrn so und so und zuständige Behörde müssen wir auch noch. Ich brauche also auch noch, aber die steht ja auch meistens vorne auf der WBK, die zuständige Waffenbehörde. Und ja, und Marc macht im Grunde genommen nichts anderes, als würde er die auch vom Händler gekauft haben. Ich gehe den dann anmelden, genau. Genau, er hat dann zwei Wochen Zeit, die bei der Behörde anzumelden. Macht er das nicht, ist das in Anführungsstrichen nur eine Ordnungswidrigkeit? Sollte man aber trotzdem nicht so oft machen, weil dann denkt die Behörde auch, ob der zuverlässig ist, wenn der so schludert. Genau, das ist halt so das Ding. Also wir haben auch da wieder Regularien. Also der Waffenkauf und Verkauf auch, wo es innerhalb von 14 Tagen der Waffenbehörde gemeldet werden. Der Verkäufer meldet halt einfach an seine, der Käufer dann sich bei seiner und so kannst du halt auch Privatkäufe halt machen. Also ich kann dann privat auch eine Waffe, ich habe auch meinen Mosinagant M44, habe ich auch privat verkauft. Also nicht irgendwie an den Händler, sondern es war halt ein Privatmann, der sich dafür interessierte. Die habe ich dem dann verkauft. Der hatte glücklicherweise einen Jagdschein. Den habe ich mir dann halt schicken lassen in Kopie und ja, habe dann geklärt, ob das alles okay ist. Und dann habe ich das halt auch verkauft, also verschickt das Gewerde. Und zum Verschicken von Waffen auch, das geht halt auch nicht so normal, sondern da macht man das in der Regel dann mit einem Spezialversand für Waffen, Overnight heißt der. Also, aber man kann das auch durchaus privat machen. Ich lasse mir den Mann zu Firma schicken. Ich habe schon zweimal eine Knarre zu Firma schicken lassen. Aber mit der Erlaubnis von Chefin, weil ich habe da so, ich habe eine Knarre gekauft, darf ich die hier schicken lassen? Ja, ja. Auch wenn meine Chefin nicht unbedingt pro Privatwaffenbesitz ist, das ist aber kein Problem. Die darf ich dann zu mir nach Hause. Sonst, was sollst du einen Tag Urlaub nehmen? Ich darf die Waffen zur Arbeit schicken. Und ja, das ist gesetzlich auch kein Problem. Ja, die sind ja dementsprechend verpackt, die kommen direkt in meinen verschlossenen Kofferraum und danach wird das quasi direkt nach Hause transportiert. Da kamen vorhin auch noch Fragen auf zum Thema Transport und von wegen, das ist wie gesagt, Transport ist kein Führen. Wir transportieren eine nicht zugriffsbereite Waffe. Ja, Führen ist quasi eine Waffe zugriffsbereit bei sich führen. Ja, innerhalb von, oder halt, ne? Weniger Handgriffe wird das auch immer so schön definiert. Wenn ich eine Waffe transportiere, dann ist die halt nicht quasi zugriffsbereit und irgendwo verschlossen. Transportiere ich diese. Und ich darf sie transportieren, dem quasi, wie soll ich mich ausdrücken, Bedürfnis. Entsprechend darf ich es transportieren. Also im Rahmen meines Bedürfnisses. Mein Bedürfnis für meine Waffen ist mein Sportschützen-Dasein, sag ich mal. Und ja, ich habe halt somit der Transport zur Sportstätte, zum Skistand. Ist überhaupt kein Problem. Gehört natürlich zu meinem Bedürfnis. Oder halt eine Fahrt zum Hüchsenmacher oder so, wenn ich irgendwas mit der Waffe habe oder sowas. Da darf ich die natürlich überall transportieren. Ich darf die jetzt nicht transportieren, wenn ich jetzt zum Kumpel fahre, so abends, ach, bring mal mit, das geile Ding, zeig mal. Nein, das gehört nicht, das hat nichts mit Sportschützenbedürfnis zu tun, zu Kumpel XY da mitzufahren. Der kann dann gerne hierhin kommen, dann hole ich die aus dem Tresor, darf ihm die gerne zeigen. Aber dieser Transport gehört quasi nicht zu meinem Bedürfnis. Wenn jetzt dieser Kumpel auch Sportschütze ist, könnte man das noch so auslegen, ja, es interessiert an der Waffe, deswegen fahre ich da mit hin. Ich weiß nicht, ob das so rechtens wäre. Mit gutem Willen bestimmt. Mit gutem Willen. Aber generell, was ich damit sagen will, nur quasi ... Genau. Also ich darf ... Bei der Jagd ist es ja auch noch so, da hast du ja auch so ein paar andere ... Diese Quise, ich kenne die noch gar nicht. ... Transport, was ist das überhaupt, könnte man auch noch mal gut erklären. Also wie ist das in der Praxis? Also wir haben halt unser Waffenfutteral oder auch einen Koffer mit einer Kurzwaffe drin und wir machen dann da in der Regel so ein kleines Schlösschen dran, dass das halt verschlossen ist. Das ist so die gängige Praxis. Dann macht man halt so ein Ding hier mit Zahlenschloss dran oder so und dann ist das in dem Futteral und an den Reißverschlussenden kommt da das Schlösschen dran und dann ist es halt nicht zugriffsbereites Führen. Also das ist halt im Grunde der Transport, also nicht zugriffsbereites Führen, indem man da einfach so ein Schlösschen dran macht. Ich hab hier ... Ja. Und bei mir ist es ja so, jetzt bei der Jagd ist es ja so, da rennst du ja wirklich draußen in der freien Natur, führst du ja definitiv Waffen. Also du rennst ja da mit deinem Gewehr rum und deiner Pistole vielleicht noch am Gürtel oder so. Und das darf man aber natürlich auch nur zur Jagdausübung machen. Also ich darf jetzt nicht mit der Knarre irgendwie einkaufen gehen oder so, und dann noch irgendwie, keine Ahnung, beim Rewe vorbei und danach noch irgendwie Zeitung kaufen und dann noch eine Pommes essen und dann fahr ich erst ins Revier. Das geht natürlich nicht. Also ich bin da auch ganz klar so reglementiert. Das ist halt nur immer im Zusammenhang mit dem Bedürfnis. So, hier, diese Quise hatte was gesagt. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Er fragte die neue Hera AR-15 Sporzi unter 42 Zentimeter Lauflänge und dies hat und trotzdem für sportliche Schießen zugelassen. Wieso ist die zugelassen für sportliche Schießen unter 42 Zentimeter? Kurzwaffe wäre so meine Idee, dass die als Kurzwaffe läuft. Super cool, reguläre AR-15 in 223, schreibt er. Okay. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also normalerweise, um den Hintergrund zu erklären, also die Lauflänge für Sportschützen ist halt reguliert. Bei halbautomatischen... Wollen Sie nicht den Anstand an der Kriegswaffe? Ich muss jetzt erst mal... Genau, das ist halt eben AR-15 sieht ja erst mal so ein bisschen aus wie so ein militärisches... Beschlossene Handkarte macht's möglich. Ja, ah, ja, okay. Warte mal, da müsste ich die mal... Ich guck mir die jetzt hier mal. Ich google die mal eben. Genau. Und das BKA ist halt die zuständige Behörde in Deutschland, die halt beurteilt, ob solche Waffen halt zum sportlichen Schießen zugelassen sind oder nicht. Hier Aug-Z-Sport ist auch noch so ein Beispiel, was gerade im Chat genannt wird. Normale Aug-Z kannst du nur als Jäger kaufen, aber die Sport, die ist dann halt ein bisschen anders und die hat dann vom BKA auch eben die Einteilung bekommen, dass sie zum sportlichen Schießen zugelassen ist und so geht das dann halt. Ja, ich sehe sie halt schon. Okay. Ja, die ist halt optisch ein bisschen gepimpt, dass es halt nicht aussieht wie... Genau. Aber das ist ja auch schon wieder eine sehr spezielle deutsche Regelung. Ja, weil viele haben jetzt bestimmt ein Fragezeichen über den Kopf, wir sind jetzt natürlich nicht, es sei denn, es kommen solche Fragen, speziell auf Einzelheiten, weil da qualmt euch sonst der Kopf, was hier alles noch für logische, unlogische Sachen drin sind mit Anscheinswaffen etc. Lauflänge von was zählt, wann als Kurzwaffe, wann ist es eine Langwaffe, was ist ein... die Besonderheiten der Vorderschaft, Repetierflinten, was sind Vorderschaft, Repetierflinten und und und. Es sei denn, ist natürlich hier nicht freingestellt. Ansonsten wollen wir natürlich nicht zu tief in die Materie, weil es sind hier natürlich unterschiedliche Viewer heute. Ich sag mal, viele von dir auch, Marc, erst mal hi. Ja, ich sehe gerade schon im Chat, da sind sehr viele bekannte Namen. und... Reverie, die sind natürlich im Saft drin. Wobei, genau. Meine Community natürlich nicht. Ja, wir haben ein bisschen den Chat gekapert, glaube ich. Genau, ja, das war nur mit dem Anschein. Ja, deswegen, wenn du die ein bisschen umdödelst, dann geht das wieder. Hier, Thema Software haben wir auch noch oder Airsoft. Airsoft, nicht Software. Ja, wie man es halt nennt. So, Airsoft bringt einem sogar tatsächlich was, wenn man halt wirklich Waffenbesitzer ist, weil man kann nämlich mit den Airsoft, ich habe zum Beispiel, ich habe ja die CZP-09 als scharpe Waffe und ich habe aber auch noch die CZP-09 als Airsoft-Waffe. Da müsste ich übrigens mal wieder ein Video drüber machen, habe ich noch gar nicht gemacht. Und das hat einen Riesenvorteil, die Waffe funktioniert quasi genauso wie die echte, die man sozusagen im Schrank liegen hat und du kannst halt zu Hause einfach damit super bestimmte Abläufe trainieren. Wenn er jetzt zum Beispiel, also mich betrifft das nicht so, weil ich halt jetzt zum Beispiel keine dynamischen Disziplinen schieße oder so, aber für jemanden, den das betrifft, also wer halt irgendwie so IPSC schießt oder so, also wo man halt wirklich dann eben sich über eine Stage bewegt, verschiedene Ziele beschießt, auf Zeit und auch auf Genauigkeit, dann kann man halt mit so einer Airsoft-Waffe sowas zu Hause auch ganz gut trainieren und deswegen, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, ja eben zu Hause ein bisschen sich schon mal so mit bestimmten Abläufen zu beschäftigen und die Dinger machen auch wirklich Spaß und ich war auch sehr erstaunt, dass die, diese Airsoft, die ich da habe, die war gar nicht teuer und die funktioniert wirklich im Prinzip genauso wie die echte Waffe, also es ist sogar dasselbe Griffstück, du kannst also auch den Griffrücken tauschen genau wie bei der Originalen und das ist halt eben einfach nur ein Airsoft-System drin und ja, das hat mich sehr erstaunt, also auf jeden Fall eine gute Geschichte und natürlich auch so, wenn man, sage ich jetzt mal, sagt, okay, ich habe keinen Bock so auf Sportschießen da immer auf so einen Stand zu gehen, sondern mir reicht das, wenn ich zu Hause mal ein bisschen mit dem Luftgewehr schieße oder halt auch mit so Airsoft-Waffen oder so, dann kann man das ja vielleicht auch mal machen. Meine Erfahrung nach ist es aber so, wenn man so damit erstmal so ein bisschen anfängt und sich damit beschäftigt, dann landet man so und so irgendwann auf dem Skistand. Ja, das ist wirklich so. Genau. So, weiter haut die Fragen raus, wie gesagt, schreibt ruhig nochmal, oben sind einige Fragen, wo wir nicht drauf eingegangen sind, ich scrolle jetzt hier nicht die ganze Zeit runter, haut sie einfach nochmal in den Chat rein, wie gesagt, kein Ding, ihr werdet die nicht für Spam bestraft dann oder so, also könnt gerne einfach nochmal die Frage einfach nochmal raushauen. das ist überhaupt kein Problem. Genau. Weil da waren vorhin nämlich noch ein paar auf jeden Fall interessante Fragen dabei, ne, gerade auch so mit Alter zum Beispiel, Alter wollte ich, es fällt mir gerade, du kannst ja auch schon mal hochscrollen, Alter fällt mir gerade auch noch ein, nochmal wegen Sportschießen und eigener WBK. Wie gesagt, Schießen, das ist nur der Besitz quasi geregelt, aber das Schießen an sich, also nur alterstechnisch, ab 18 könnt ihr also alles an großkalibrigen Waffen schießen, was ihr wollt, auch hier Desert Eagle in 50 AE, überhaupt kein Ding. Es gibt auch kommerzielle Schießstände, wo ihr das machen könnt oder halt, wenn ihr halt jemanden habt im Verein, wenn ihr mit dem mal mitgeht zum Training, ist das überhaupt kein Problem, könnt ihr alles mögliche schießen. Wollt ihr selber aber besitzen, ist halt, da sind wir vorhin am Anfang halt nicht, da haben wir auf die Alterssache nicht drauf eingegangen, mit 18 bekommt ihr noch keine WBK, ihr müsst, also könnt zumindest nicht Sportschützenbereich, wie gesagt, Jagd, das Thema ist wieder was anderes oder zumindest stehe ich da nicht so im Saft. Wenn du eine Sportschützenkarriere anstrebst, musst du 21 sein, um eine WBK zu haben, wenn du jetzt also wirklich im Großkaliberbereich reden wir jetzt von, wie gesagt, man darf ja auch schon mit, wenn du Ski-Trap schießt oder was weiß ich, ich weiß jetzt nicht, wie es da mit den Flintenfeuer aussieht und und und, ich rede jetzt wirklich nur von großkalibrigen Waffen, Pistolen 9mm, größer, keine Ahnung, also wirklich jetzt nur von großkalibrigen, musst du mindestens 21 Jahre alt sein und halt unter 25 brauchst du noch eine MPU, das ist auch immer noch so, Marc, glaube ich, eine MPU ist also ist das inklusive 25, also Lebensjahr, also erst ab 26 brauchst du keine oder ab 25? Ich meine ab 25 Ab 25, genau, braucht man keine mehr. Also das ist halt so, als Jäger zum Beispiel hast du das alles nicht, da ist ab 18 der Besitz, egal ob groß oder kleinkaliber, aber als Sportchef ist es halt eben so, da kannst du ab 18 auch Waffen besitzen, aber dann halt, glaube ich, nur kleinkaliber, 22er und ich glaube, Einzelladerflinten, Einzelladerflinten, keine, keine Pumpe oder keine halbautomatische, keine Pumpe. Genau, also nur Bockflinten im Grunde so. Genau, Bockflinten. Oder wirklich eben Flinten mit einem Lauf und ab 21 dann kann man Großkaliber besitzen, aber eben mit der Auflage, wenn man noch nicht 25 ist, dass man dann eine MPU machen muss, also dann gehst du halt irgendwie zum TÜV oder so und machst, da bist du halt psychologisch untersucht und durchleuchtet, ob du halt der Verantwortung gewachsen bist, da mit 21 oder 22 schon Großkaliberwaffen zu besitzen. Hat man damals eingeführt, nach irgendeinem Amoklauf, glaube ich, ich glaube nach Winden oder nach Erfurt, ich bin mir jetzt nicht sicher. Winden, war das, war nicht. Ist meiner Meinung nach... Nach Erfurt kam die Pumpgeschichte. Ja, das kann sein, das kann sein, ich bin da gar nicht mehr so im Thema. Aber da kommt das halt her und muss halt jeder selber wissen, was er davon hält. Ja, ich sag mal so, also es ist halt auch schon wieder unlogisch, weil als Jäger, ist es halt ab 18, weil du musst natürlich als Jäger Großkaliber benutzen, denn du willst ja, dass das Tier nicht leidet, dass du erlegst. Oder weitgerecht immer noch. Und da bist du einfach auf ein großes Kaliber mit Wirkung angewiesen und deswegen ist es da ab 18, nur die Sportschützen sind dann da halt wieder eingeschränkt. Also da ist es dann erst ab 21 mit MPU oder dann halt ohne MPU dann eben ab 25. Ja. So, weitere Fragen. Egal was löchert. Das kann auch, es kam auch vorhin von wegen Fragen mit Bogen irgendwie. Ich hatte oben was gelesen, was ist denn mit Pfeil und Bogen? Was braucht man da für was? und das ist natürlich auch eine interessante Frage, auch mit Pfeil und Bogen auch mit Führen, im Gegensatz zum Beispiel Armbrust oder, da gibt es ja auch Unterschiede. Also bei Bögen ist es ja komplett unreglementiert. Genau, also wir können mit einem Bogen eigentlich, wie Robin, theoretisch kannst du durch die Fußgängerzone mit einem Köcher und einem Bogen rumlaufen. Genau, weil es ist ja laut, es ist ja keine Waffe, gilt nicht als Waffe und damit ist es halt komplett raus. Armbrust wiederum schon, darfst du nicht. Armbrust zählt als Waffe. Weil die Energie gespeichert wird, richtig? Genau, aber darfst du, wenn ich das jetzt, an den Chat bitte korrigiert mich, wenn ich scheiße laber. Ich meine aber, Armbrüste dürften erlaubnisfrei geführt werden, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, genau. Darf ich mir, Armbrüste geführt, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ich meine schon, also ich glaube, die dürften erlaubnisfrei geführt werden. Das kann ich aber mal eben googeln. Ich bin mir da nämlich auch nicht mehr sicher, weil, äh, ja, keine Ahnung. Äh, bla bla bla. Ach, hier ist doch schon ein Artikel. Wenn nicht, ich hab ja mal ein Waffensachgrundbuch vor mir. Ja. Ja. Genau, Armbrüste sind den Schusswaffen gleichgestellte Gegenstände. Das ist so laut Waffengesetz. Äh, bla bla bla. Ist ab 18, also einen Bogen darfst du quasi kaufen, wie du willst, aber, ähm, Armbrüste erst ab 18. und, äh, und, äh, genau, und die dürfen nicht bei öffentlichen Veranstaltungen geführt werden. Ne, also quasi wie eine Schreckschusswaffe. Ähm, wenn du jetzt eine Schreckschusswaffe hast, wenn du einen kleinen Waffenschein hast, dann darfst du die ja führen, aber zum Beispiel nicht auf öffentlichen Veranstaltungen. Ne, Veranstaltungen sind dann Vergnügen, Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Märkten oder ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen, bla bla bla. Ne, aber, äh, ich glaube, das betrifft dann eben wirklich nur diese öffentlichen, ähm, Veranstaltungen. Genau, und hier steht es auch nochmal, Waffengesetzanlage 2, Paragraph 2, Absatz 2 bis 4, Unterabschnitt 2, erlaubnisfreie Arten des Umgangs, äh, erlaubnisfreies Führen. Also du darfst es tatsächlich führen, aber eben nicht auf Veranstaltungen. Eine Armbrust. Ja. Warum gibt es in Deutschland keine vernünftigen Airsoft-Anlagen für Gruppenspieler? Da bin ich raus, also Airsoft ist so, da stehe ich überhaupt nicht im Thema drin. Also ich weiß, dass viele auch gerne mal nach Polen fahren oder in die Tschech, äh, nach Tschechien, ach, ich darf ja nicht mehr Tschechai sagen, äh, es wurde mir ja neulich eingebläut, dass man das nicht mehr sagt. Ähm, genau, nach Tschechien. Was sagt man nicht mehr? Man darf nicht mehr Tschechai sagen, weil das ist Nazi-Sprech oder so, keine Ahnung. Ach so, wegen irgendwas Political Corrections, oder was, Ja, keine Ahnung. Also jedenfalls, äh, in, in Tschechien gibt's wohl so ganz gute Airsoft-Geschichten und, äh, Polen glaube ich auch und, ja, in Deutschland weiß ich gar nicht, ob's da so, aber es gibt doch auch Airsoft-Anlagen hier in Deutschland irgendwie. Also, ja, keine Ahnung. Ja. Ne, da bin ich nicht im Thema. Airsoft hab ich auch noch nie, hab keine, hab ich noch nie gespielt. auch Painball nicht. Guck mal, hier ist noch eine schöne Frage von, äh, Adlan77, was hältst, Marc, was hältst du von Jagd mit Pfeil und Bogen? Da hab ich, äh, mal ein Video zu gemacht, zur Bogenjagd. Das ist ein wirklich interessantes Thema. Ich war da auch erst ein bisschen skeptisch, aber eine Bekannte von mir, die Sabine, die, äh, ist aktive Bogenjägerin und macht auch so Vorträge darüber und das ist wirklich hochinteressant. Ähm, man denkt ja erst mal so, oh, ist das denn überhaupt weitgerecht? Also, leidet das Tier nicht mit, äh, wenn man es quasi mit einem Pfeil beschießt oder, ähm, stirbt es dann vielleicht auch nicht schnell genug oder so und da hat sie so einen Vortrag gemacht, da war ich dann mal da und hab ein kurzes Video dazu gemacht, hab auch mit ihr ein bisschen, ähm, gesprochen darüber. Und, ähm, ja, also, ich war ganz erstaunt. Es ist halt tatsächlich so, dass es eine sehr weitgerechte Form der Jagd ist, weil da natürlich so ganz rasiermesserscharfe Pfeilspitzen verwendet werden mit auch einem sehr großen Querschnitt und wenn du dann halt wirklich ein Tier beschießt damit, dann ist es so, dass selbst zum Beispiel ein Hirsch zum Beispiel von diesem Pfeil komplett durchschlagen wird und, ähm, das Tier in der Regel davon aber gar nichts merkt, weil man kennt das so ein bisschen, wenn du dich mit einer ganz scharfen Klinge schneidest, dann merkst du erst mal gar nicht, dass du dich geschnitten hast, bis du hinguckst und das Blut siehst und so im Grunde funktioniert das auch und die Tiere sterben dann quasi auch an dem massiven Blutverlust, ne, weil man zielt ja dann optimalerweise in, in die Kammer, also halt Lunge, Herz, ne, und ich hätte es auch nicht gedacht, aber die Tiere schrecken nur kurz, ja, gehen dann vielleicht drei Meter weiter und fallen dann einfach um, also das ist eine sehr weitgerechte Form der Bejagung, Nachteil ist natürlich so ein bisschen, du musst natürlich viel, viel näher ran, als wenn du mit einer Büchse jagen gehst, da kannst du ja durchaus auf Distanzen schießen, 100 Meter, 150 Meter sind so durchaus, also es gibt auch Leute, die sich da mehr zutrauen, also meine Distanz wäre so 100 Meter, 150 Meter, dann würde ich aber auch, glaube ich, nicht mehr schießen und mit dem Bogen musst du halt wirklich auf 30 Meter ran, das heißt, du guckst halt wirklich eben, dass du dir eine Stelle suchst, wo das Bild wirklich nah an dich rankommst und dann kann man das auf jeden Fall auch als weitgerechte Alternative machen, ist hier in Deutschland nicht erlaubt, aber, ja, man startet jetzt, glaube ich, so einen Feldversuch in die Richtung, dass man das mal ausprobieren möchte und ist natürlich, sage ich mal, nichts, um wirklich Strecke zu machen, also wenn du jetzt halt mal guckst, mit der Schwarzwild-Problematik, die wir halt hier haben, durch die intensive Landwirtschaft, ist es ja so, dass wir sehr, sehr viel Schwarzwild haben und da auch sehr viel gejagt werden muss, dann ist das natürlich mit einem Bogen vielleicht gar nicht so machbar, weil die Distanzen halt eben so nah sind und man da mit der Büchse vielleicht einfach effektiver jagen kann, aber so als Begleitung zur Jagd in bestimmten Situationen sicherlich eine gute Geschichte, natürlich auch da vielleicht, ja, wo man vielleicht irgendwie das Wild auch nicht beunruhigen will, ne, durch Schüsse ist es ja so, dass das Wild eben das ja auch mitbekommt und auf jeden Fall ist es eine spannende Sache. Ähm, jetzt muss ich auch mal nachfragen, wer testet denn sowas oder ist da gerade am testen? Es gibt jetzt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wo, das muss ich mir nochmal einlesen, ins Brain sozusagen, es gibt halt jetzt so einen Feldversuch, wo das glaube ich in Brandenburg oder so, ich weiß nicht, wer weiß da mehr drüber, vielleicht mal in den Chat schreiben, dass man jetzt mal so einen Feldversuch macht, dass man da in dem Gebiet die Bogenjagd mal zulässt und dann halt mal guckt, ob man das dann nicht vielleicht doch auch mit ins Jagdrecht aufnimmt, dass halt die Jagd mit dem Bogen eben auch gemacht werden kann. Da gibt es auch den, den Verband zu, den Bogenjagdverband Deutschland oder so, keine Ahnung, die sich da so ein bisschen politisch engagieren und ja, also das ist jetzt so, kommt so langsam. Ja gut, hier, urbane Räume, wo Stadtjäger tätig sind. Stimmt, davon habe ich glaube ich auch mal was gehört. Genau, das ist natürlich auch nicht schlecht, weil du hast natürlich bei der Schusswaffengeschichte immer die Problematik von Abprallern. In der Regel geht das Geschoss ja komplett durch und irgendwo geht das Geschoss dann nachher noch weiter, schlägt dann irgendwo in den Boden ein und gerade wenn du halt einen harten Boden hast, kann das Geschoss halt abprallen und dann weißt du halt nie, wo geht das jetzt eigentlich hin? Und das hast du vielleicht bei der Bogenthematik nicht so, weil der Pfeil ja generell weniger Energie hat und da macht das dann auf jeden Fall wahrscheinlich auch Sinn. Gibt es ja noch eigentlich auch irgendwelche Fragen in Richtung Mythen, ihr Lieben? Sowas könnt ihr natürlich auch gerne. Wir hatten ja schon das Thema Schalldämpfer, die Hollywood-Mythen. Also selbst, also ich habe schon einiges Schallgedämpft gehört, was schon sehr leise ist, ist eine 22er Schallgedämpft, also aber selbst die macht nicht pssst, pssst. Das Ding ist halt bei Kleinkaliber, Kleinkaliber ist ja generell schon leise. Es wird zwar immer empfohlen, dass man Kleinkaliberwaffen auch mit Gehörschutz schießt, aber du kannst halt eine Kleinkaliberwaffe auch ohne Gehörschutz schießen. Also die ist von sich aus natürlich leise. Wenn du dann da noch einen Schalldämpfer draufmachst, ist das natürlich klar. So nochmal leiser und dann hörst du da auch nicht mehr so viel von. Also ich habe auch schon 2-2-3er ohne Gehörschutz ausgehalten. An AR-15. Ja, das ist aber schon. Es ist nicht so, aber. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich meine 2-2-3 die AR-15 schieße mit Schalldämpfer, ohne Gehörschutz, das ist wirklich so gerade an der Grenze, wo ich sage, das ist noch erträglich. Mich würde interessieren, ob ihr wisst, was man beachten muss, wenn man Hersteller werden möchte. Das heißt, du musst du dementsprechend ausbilden. Das heißt, Hersteller. Du machst dann halt eine Ausbildung zum Büchsenmacher. Genau, du brauchst eine Waffenherstellungserlaubnis. Es gibt die Waffenhandelserlaubnis und darüber ist quasi noch die Waffenherstellungserlaubnis. Da solltest du also schon, ich denke mal, einen Ausbildungsberuf haben, als dementsprechend. Genau, zum Beispiel Büchsenmacher. Aber ich glaube, das ist nicht nur daran geknüpft. Also es gibt auch so Spezialfälle, dass man halt auch speziell für einzelne Waffenherstellungserlaubnis beantragen kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel AR-15 zusammenschrauben willst, dann kannst du auch speziell dafür eben eine Herstellungserlaubnis beantragen. Das ist aber dann natürlich wieder daran geknüpft, dass du auch eine Handelslizenz hast und so. Also das ist, aber da möchte ich mir jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das ist natürlich auch wieder sehr komplex und es ist halt auch einfach nicht so verbreitet. Genau. Hier wird auch sehr oft gefragt mit irgendwie Messer, Schwerter. Nein, dafür braucht man keine WBK. Aber du darfst natürlich, ich kann dir mal ein paar Bilder zeigen aus der WBK. Es ist einiges in den vielen, in den letzten Jahren, 10, 20 Jahren auch an Waffen verboten worden, an Messern, was früher erlaubt war. Zum Beispiel wir Joister früher hatten alle ein Butterfly in der Tasche, so ein billiges für 15 Mark, weil wir den Film Renegade gesehen haben und das nachmachen wollen. Also Butterfly, die kennt man. Heute, weiß ich nicht, früher hat man das mit jedem Trödelmarkt gekriegt, hatten wir alle, das ist ein Butterfly, verboten. Also ich hatte ein Hand Messer, das sind die hier. Die darf man halt nicht führen, die darf man nur besitzen. Die darfst du nicht führen, ganz genau. Also die man mit einer Hand quasi öffnen kann. Die gibt es da so. Hier, die Fallschirmspringer unter euch kennen das hier. Fallimesser. Fallschirmspringer. Die Klinge kommt nicht automatisch raus. Ja. Also es ist kein Springmesser, aber das ist das berühmte Fallschirmspringer-Messer, so auch nicht erlaubt. Nicht mehr. Ja, also alle, die Fallschirmspringer, die das noch als Andenken haben, es ist nicht mehr erlaubt. Ich hatte ein Butterfly und ein Springmesser. Springmesser hatte ich auch. Das ist hier ein sogenanntes Zilett. Wir sind ja auch ungefähr gleich alt, also wir kommen aus derselben Sozialisation sozusagen und dann sind die halt irgendwann verboten worden und dann habe ich die halt wegschmeißen müssen. Das ist halt Soll ich das gerade sagen? Ein Kumpel hat Wurfsterne mit Ausnahmegenehmigung. Ah, okay. Als das damals aufkam, weil Leute, auch Wurfsterne, Ninja-Sterne, ja. Ninja. Ninja. Hier, konnte man damals ohne Probleme erwerben und besitzen. Auch nicht mehr möglich. Aber da mein Kumpel, erstens, ja, weil er ist hier, der macht irgendeine Kampfsportart. Ne, schon länger. und der hatte damals dann, hier sind die Wurfsterne, früher auch alles erlaubt gewesen und er hat eine Ausnahme, weiß nicht, vom BKA oder wer die da ausstellt, er hat auf jeden Fall Ausnahmegenehmigung bekommen. Dann hier, nun Schako, war auch mal erlaubt, auch nicht mehr. Genau, die sogenannten Würgehölzer. Genau, Würgehölzer. Oder hier, die Begrifflichkeiten. Präzisionsschleuder. Zwilling sind erlaubt, aber nicht diese, diese, weil diese hat so eine Armauflage, Unterarmauflage, warte mal, welche, was muss, ähm, erfüllt sein, dass sie verboten sind? Also, wenn ihr euch jetzt aus dem, äh, aus einer Astgabel und ein Gummisonding baut, ist alles okay. Ähm, aber das hier, ähm, warte mal, steht da vielleicht noch dabei, ich lese mal eben vor, schleudern, die zu erreichen, einer höchstmöglichen Bewegungsenergie, eine Armstütze oder eine vergleichbare Vorrichtung besitzen oder für eine solche Vorrichtung eingerichtet sind, ähm, in Klammern Präzisionsschleudern, äh, sowie Armstützen und vergleichbare Vorrichtung für die vorbezeichneten Gegenstände. Äh, äh, Begriff und Verbot beziehen sich nicht allein auf die Schleuder, sondern auch auf die Armstütze. Da hört ihr's, Leute. Ne? Das ist meistens nämlich dann auch noch, äh, der Punkt. Da gibt's auch bei Waffen so schöne Sachen, zum Beispiel bei Schusswaffen, ähm, Gegenstände, die, äh, andere anstreben, also, zum Beispiel, Taschenlampen an Waffen und, äh, Laser an Waffen. Zum Beispiel, wenn du jetzt, du hast normales AR-15 Picatinny-Schiene dran und du besitzt eine Taschenlampe mit Picatinny, äh, Aufnahme, die du dort wirst, die Taschenlampe schon nicht besitzen, richtig? Ja, die ist verboten. Das heißt, die Taschenlampe, äh, darfst du, wenn da halt die Picatinny-Schiene auch drauf ist, darfst du nicht besitzen, die Taschenlampe, ja? Genau. Und Laser genauso. Weil du könntest sie ja, Laser, äh, 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 natürlich genauso, weil du könntest sie an deinen AR-15 montieren. Ergo dürften wir noch nicht mal diese Taschenlampe besitzen. Ja. Zählt aber nicht von wegen, also, äh, ein Nicht-Waffenbesitzer darf so eine Taschenlampe besitzen. Richtig? Nee, ich glaube, die sind generell verboten. Oder sind generell die mit Picatinny? Da bin ich, da weiß ich nicht. Äh, die werden auch, da gibt es auch immer regelmäßig Probleme, äh, mit dem, mit dem Zoll, wenn solche Sachen in China bestellt werden. Also, ich meine, die sind sogar generell verboten, die zählen zu den verbotenen Gegenständen. Aber, äh, mal unter Vorbehalt, ne? Ja. Das ist halt auch einfach so, man weiß das ja als Waffenbesitzer, man bestellt das halt einfach nicht dann, ne? Hier haben wir noch einen schönen Mythos von Bullrock86, hat er gerade im Chat geschrieben. Mythos. Wo dann? 2-2-3, Streifschuss ist tödlich. Ja, das ist ja, gibt es immer mal wieder, wurde auch lange Zeit bei der Bundeswehr erzählt, so ein Quatsch, ne? Ja, wenn du von, äh, Überscheidemunikation, äh, Streifschuss, dann stirbst du am Nervenschock, ne? Und das ist halt völliger Bullshit, das ist totaler Unsinn, ne? Also, es gibt es auch, ich habe da mal ein Video drüber gemacht, weil, äh, irgendein Journalist vom Fokus oder so, oder von Stern, ich weiß gar nicht mehr, hat sich da auch irgendwie so einen Scheiß zusammengeschrieben, von wegen die 2-2-3-Munitionen, das ist halt super. Das Gericht kam beim G-11 schon auch von der Bundeswehr, ab da kam die Gerichte, das gab es schon beim G-11, was ja nie eingeführt wurde. Und es ist absoluter Quatsch, ne? Also wirklich, es ist einfach Quatsch, ja? Und es wird aber immer noch in der deutschen Presse breitgetreten, ne? Und, ähm, es ist einfach totaler Unsinn. Die mit dem Waffenschein meinst du? Genau, die mit dem Waffenschein, die nicht mal Waffenschein und Waffenbesitz gerade auseinanderhalten kann, die... Ja, ich sag mal, der Volksmund ist es ja normal, ich bin auch nie so ein Verbessertyp, ähm, aber ich find's, weiß ich nicht, beim Journalismus, sorry, äh, da sollte man schon eigentlich richtige Vokabeln benutzen. Und das ist auch ganz einfach erklärt, was es halt Bullshit ist, weil, ähm, in der Jagd ist es halt so, dass man bestimmte, für bestimmte Wildarten, eine bestimmte Mindestenergie braucht, um die zu erlegen. Und ich dürfte zum Beispiel nicht mit einer 223 Schwarzwild bejagen, ne? Da brauch ich mindestens, äh, ich glaub 2500 Joule für. Und die, ähm, 223 hat so, ich glaub 1,7, 1,6 so in dem Dreh. Also, die kann ich im Grunde nur nehmen, um damit auf, äh, nicht so starke Wildarten zu gehen, zum Beispiel Rehwild oder so, ja? Da kann ich sie für nehmen, aber eben zum Beispiel nicht auf Schwarzwild. Das ist einfach, weil die zu wenig Energie hat. Und wenn dir dann irgendeiner erzählt, ja, da stirbst du schon am Streitstoß, weil die so, so heftig ist, ja, das ist absoluter Müll. Also, ich möchte zum Beispiel nicht von einer 8x57 getroffen werden, mit irgendwie 3400 Joule oder so, ja, das ist halt einfach Quatsch, ne? Und da wird halt auch immer so viel Quatsch erzählt. Also, sowas einfach mal nicht immer so glauben. Verliert man die WBK schnell oder muss man schon große Scheiße bauen? Schnell ist relativ, aber du musst keine, du musst keine große Scheiße bauen. Also, geht eher zu schnell. Also, du bist wirklich, ähm, was wir vorhin auch schon sagten, du bist also ein sehr, äh, doch stark überprüfter Staatsbürger. Im Grunde genommen, wenn die Behörde meint, du bist nicht zuverlässig, ja, das kann, ich sag jetzt mal übertrieben, Mathis, du, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, gehen wir mal, ich geh jetzt mal davon aus, du bist schon, äh, zeugungsfähig im Alter, äh, du hast ein Kind, ja, bist aber nicht mehr mit deiner Frau zusammen und du zahlst partout keinen Unterhalt, schon über Monate nicht. Kann selbst das, ich sag mal, im ganz überspitzen Sinne zum Erlöschen deiner WBK führen. Also, ich kenne einen Fall, der war auch wirklich krass, da hat ein Jäger, ist kontrolliert worden, also halt vor Ort Kontrolle und da ist halt aufgefallen, dass in einem Futteral noch eine Patrone lag, ne, und das hat, ist einfach so, du gehst halt auf die Jagd, packst halt deine Jagdwaffe da ins Futteral, packst die Munition dazu, gehst halt zur Jagd, äh, beim Aussteigen aus dem Auto lädst du die Waffe halt weg, weil auf dem Weg zum Hochsitz kann ja auch schon irgendwas kommen oder so, so, dann gehst du halt auf dem Hochsitz, gehst wieder zurück, und, ähm, ja, entlädst die Waffe, tust die Waffe ins Futteral, fährst nach Hause und packst es halt dann in den Schrank und so und er hatte einfach nur vergessen, eine von diesen Patronen hat er übersehen, die lag noch im Futteral, die andere Munition hat er natürlich in den Schrank getan, wie es sich gehört und so, aber eine Patrone lag halt drin und das hat halt wirklich gereicht, um, äh, dass der Jagdschein erloschen ist, also er hat seine Zuverlässigkeit verloren, dadurch auch den, die Waffenbesitzkarten und natürlich auch den Jagdschein, das war einfach nur ein dummer Fehler, ne, wirklich einfach übersehen, gar nicht mal böswillig oder so und das kann dann im Zweifelsfall schon reichen. Ja, da ist es dann natürlich schon schnell passiert, was weiß ich, du musst ja nur in die falsche Behörde, ich weiß nicht, inwieweit das auch Auslegung ist oder was weiß ich, du packst die Munition in den Schrank und dabei fällt hier, was weiß ich, eine Murmel unter den Schrank und, äh, was weiß ich, die liegt halt irgendwo eine 9mm unterm Schrank und die blitzt aber zufällig bei der Polizeiüberprüfung, äh, was ist das denn, ist das eine Hülse oder was und guckt und nö und findet halt eine Murmel, die da rumliegt. Das kommt dann, ich weiß es nicht, wie inwiefern das Auslegungssache ist, eine Murmel, die aus Versehen aus dem Munitionsschrank rausgeflogen ist, ob das ja, gut, in Sachen des Beamten, der dann sagt, packen sie jetzt mal ganz schnell wieder weg oder ob er dann direkt sagt, Junge, das war es mit der Zuverlässigkeit, warte mal zu mal. Ja, das ist auch so ein bisschen immer von der Behörde abhängig, ne, also, es ist letztendlich, hat die Behörde auch immer so ein bisschen Spielraum, wie sowas bewertet wird, ne, also es gibt Behörden, die sind da eben sehr restriktiv und andere Behörden, die verwarnen dann, ne, also es gibt auch die Möglichkeit dann da eben nur eine Verwarnung auszusprechen, wenn es aber nochmal passiert, sowas, dann verliert man halt die Zuverlässigkeit, das ist also so ein bisschen, ne, je nachdem, welche Behörde dafür einen zuständig ist. Genau, und halt, wenn du unzuverlässig halt bist, wie gesagt, wir hatten das auch mit den Strafstaaten, da ist es natürlich, also mit den Tagessätzen, da ist es natürlich ganz klar geregelt, aber wie gesagt, also ich weiß nicht inwiefern, also ich habe dieses, dieses Beispiel mit dem Unterhalt, habe ich sogar mehrfach gehört, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so, äh, hinhaut, aber ich kann es mir bei unseren Behörden durchaus vorstellen, wenn du wirklich einfach deiner Unterhaltspflicht nicht nachkommst, gegenüber Frau und Kind oder nur Kind, äh, dass da irgendwie über Umwegen quasi, ähm, ne, deine Zuverlässigkeit aberkannt hast. Genau, wobei da gerade sind, das Küstenmädel hat auch noch eine schöne Frage, nämlich dann gibt es auch bestimmte Sperrfristen oder ähnliches, um wieder an eine WBK zu kommen. Genau. Weil du musst Reinkarnation wieder haben, dann hast du eine Chance, oder? Ne, äh, es gibt für sowas wirklich Sperrfristen, also, ähm, bei kleineren Sachen hast du halt fünf Jahre, ne, ähm, dann kannst du nach fünf Jahren, kannst du dann halt quasi das neu beantragen, ähm, wenn du allerdings, sag ich mal, Straftaten begehst, äh, schwere Straftaten oder so, ähm, dann kann das sogar auf Lebenszeit erlöschen, erlöschen, dann kriegt man ein sogenanntes Waffenverbot, ne, das wird auch der, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, irgendeiner macht einen Banküberfall, ähm, ist ja auch egal, also macht irgendeine schwere Straftat, dann, ähm, egal ob der jetzt Waffen hat oder nicht, ja, wird der trotzdem an die Waffenbehörde gemeldet und dann wird da bei denen sozusagen ein Waffenverbot eingetragen für diese Person, obwohl der vielleicht da keine Waffen hat oder so, aber einfach so als, ähm, dass die halt einfach erfasst sind und dann gleich, wenn die mal irgendwann versuchen sollten, da irgendwas zu machen oder so, ähm, dass die dann da direkt halt raus sind, das hat auch den Hintergrund, ähm, nicht nur in Bezug auf Schusswaffen, sondern weil ja auch andere Sachen irgendwie als Waffen gelten, die dürften dann zum Beispiel nicht mal mehr irgendwie eine Schreckschusspistole eigentlich kaufen, weil die halt eben ein sogenanntes Waffenverbot ausgesprochen haben, ähm, bekommen haben und, ähm, das wird dann da halt so erfasst, also das ist auch noch mal so, bei schweren Straftaten bist du halt komplett raus aus dem Thema, ne? Was ja auch vollkommen vernünftig ist. Ja, klar, genau. Und dann gibt's halt so kleinere Geschichten, wie gesagt, so eine Sperrfrist von fünf Jahren und der Fall von dem Jäger, den ich da jetzt gerade erzählt hab, der kann dann nach fünf Jahren, kann er seinen Jagdschein halt neu beantragen, ne? Dann ist die Sperrfrist sozusagen erloschen, ähm, ähm, aber es ist halt erst mal super ärgerlich, ne? Weil, kleiner Fehler, ne? Darf halt natürlich auch nicht sein, aber wir sind halt auch alle nur Menschen und, ähm, ja, dann bist du da quasi fünf Jahre lang erst mal deinen Jagdschein los. Irgendwo war grad noch ne schöne Frage. Sind bei euch 30 Schuss, äh, Magazin erlaubt? Nein. Als Sportschütze, ähm, das ist, das Magazin-Thema kommt hier sowieso noch auf, äh, das ist noch, noch nicht ausgestanden. Derzeit kannst du mit Begrenzung auf 10. Also du darfst keine 30, als Sportschütze darf ich nicht, also, ähm, müssen wir mal so noch differenzieren, ob lang oder kurz, Waffe etc. Also ich geh jetzt mal 30 Schuss AR Magazin derzeit, ja, aber blockiert auf 10. Genau. Ja, also es darf nicht mehr Schuss reingehen. Ich hab zum Beispiel für meinen AR-15 hab ich überall 20 Schussmagazine, die sind aber alle blockiert auf 10 Schuss. Äh, Kurzwaffe ist halt im Grunde genommen, äh, da kannst du auch ein 30 Schussmagazin äh, reinklatschen. Genau. Da gibt's, für die Glock gibt's zum Beispiel übelst lange Dinger da, äh, also in der Glock kannst du durchaus 30 Schuss, also Kurzwaffe, ja, Langwaffe, nein. Also bei, bei der, bei Jägern ist es wieder anders, da hast du halt völlig freie Hand, ne, also du kannst, äh, ich hab auch im 75 Schussmagazin für die Galaschnikoff hier rumliegen, äh, nicht weil ich das brauche, sondern weil es mir geschenkt wurde, ne, aber, äh, ja, da bist du halt völlig frei, die einzige Reglementierung, die du halt hast, wenn du mit einer Halbautomatik jagen gehst, ähm, dann ist es halt so, dass du die Waffe nur mit drei Schuss laden darfst, ne, also zwei in der Kammer, eine, äh, eine in der Kammer, zwei im Magazin, ne, das ist halt so die Reglementierung, aber, ob du jetzt ein 30er oder ein 50er Magazin da drunter steckst, ne, da bist du nicht reglementiert, wobei das natürlich keiner macht, weil bei der Jagd geht's ja auch darum, dass du halt deine Waffe relativ kompakt halten willst, also ich zum Beispiel, äh, würde jetzt bei einer AR maximal ein 20er Magazin nehmen, einfach weil das sonst viel zu lang nach unten raussteht, ne, und bei einer, bei der AK vielleicht ein 10er Magazin, ja, damit ich halt irgendwie, dass es halt schön kompakt ist alles und dann nicht so ein Riesending noch unten raussteht, aber da bist du halt, was das angeht, ein bisschen freier, ne, und geändert werden soll das ja jetzt auch noch, also es ist ja gerade so großes Thema bei den Sportschützen und Jägern auch, es gibt da so eine, ähm, ja, Waffenrechtsverschärfung, sag ich mal, die seitens der EU kommt, also es gibt diese neue EU-Feuerwaffenrichtlinie und man überlegt jetzt, wie man das in Deutschland umsetzen soll und da will man halt, ähm, auf jeden Fall das beschränken, ähm, bei langen Waffen, 10-Schuss-Magazine und man darf auch keine, oder es ist zumindest so geplant worden, dass man halt auch keine blockierten Magazine mehr nutzen darf, also, äh, Magazine mit 30 Schuss würden quasi verboten, ne, und, äh, das ist, das ist aber jetzt noch in Diskussion, also da haben sich viele drüber aufgeregt und, ähm, ähm, ja, ähm, ja, also da müssen wir noch mal abwarten, wie sich das so entwickelt halt, ne, und bei Kurzwaffen soll es auch, reglementiert werden auf maximal 20 Schuss und das ist bei mir schon echt knapp, weil meine CZ P09, die hat 19 plus 1, also ja wirklich ein 19, standardmäßig ein 19 Schussmagazin plus ein im Lauf, also bin ich schon an diesen 20 dran und das wird noch mal spannend jetzt, das geht, ähm, jetzt so in die zweite Verhandlungsrunde und da muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ach, das G36 ist aber nicht tödlich, wer damit, äh, wer damit trifft, man ja nicht, weil die krumm sind, ja, das ist, äh, das sind die, 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 die Bild-Zeitungsdinger hier, G36 ist ein super Gewehr, für den, ähm, das G36 erfüllt exakt den Einsatzzweck, wofür die Bundeswehr, äh, sie vor, äh, 25, 30 Jahren quasi ausgeschrieben hat, diese Waffe und wofür sie auch entwickelt wurde, all dies erfüllt dieses Gewehr auch, ja, ähm, wenn man im Nachhinein eine höhere Schussfolge und sowas, äh, haben will, ähm, dafür gibt es zum Beispiel, äh, das MG36, ist exakt gleich wie das G36, hat nur einen verstärkten Lauf, ähm, man wollte, es war ja glaube ich sogar im Gespräch bei der Bundeswehr, die Läufe dementsprechend dann, äh, auszutauschen. Es ist klar, die Waffe wird heiß unter sehr starker, äh, äh, ähm, Feuerrate, ähm, und kann dadurch halt, äh, Abweichung dementsprechend geben, ja. Aber, ähm, es ist jetzt nicht hier irgendwie so, äh, extrem aufgebauscht, äh, wie es da jetzt, äh, ist. Also, ähm, ich, ähm, weiß ich nicht, also, ich würde diese Waffe mit in den Einsatz nehmen, würde ich in den Einsatz, also ich würde, also ich würde dem G36 vertrauen, ich habe jahrelang damit gearbeitet, in Anführungsstrichen, ähm, ich war in der Zeit, wie gesagt, ich war ein paar Jahre bei der Bundeswehr, sechs Jahre, und ich war genau in dem Zeitpunkt da, ich konnte sehr viele Waffen mitnehmen, ich war von 96 bis 2002 bei der Bundeswehr die ersten Jahre alles, äh, Grundausbildung, Unteroffizierslehrgänge und alles, alles mit G3 und so noch gemacht und, äh, P1. Ich auch übrigens. Und, und nachher halt dann auch nochmal den ganzen Kram, ähm, bekam die ganze Umrüstung auf G36, P8, also war eigentlich genau die richtige Zeitpunkt, wo ich beim Bund war, ich bin auch noch in Oliv angefangen, nachher in Flektan, und, äh, war eigentlich genau perfekte Zeit, weil man halt so viel Unterschiedliches da auch dann an Ausrüstung mitgemacht hat, diese ganze Umrüstung. Also ich bin, Strukturierungskram. Ich bin rausgegangen, gerade als das G36 eingeführt wurde und ich hab's halt nie schießen können bei der Bundeswehr, ich hab's nur einmal in der Hand gehabt und ich hab die komplette Ausbildung halt auch noch mit, äh, G3 gehabt und so, ne, und, äh, bei welchem Truppenteil warst du? Ähm, ich war erst, äh, beim Ob-Info-Bataillon, kennen viele vielleicht, die im Einsatz waren, Radio-Andernacht-Truppenbetreuung, das ist die Einheit, die ist einmalig, es gibt nur einmal diese Einheit, das Ob-Info-Bataillon, ähm, dort war ich die ersten Jahre, dann hab ich mich allerdings heimatnah versetzen lassen und da ich halt, äh, Versorgungs- und ABC-Abwehr- Unteroffizier bin, äh, bin ich eigentlich relativ flexibel einsetzbar und hab mich dann hier nach Hamm versetzen lassen, dort war ich dann im, äh, Sann-Regiment und, ähm, dort war ich dann als, äh, Geräte- bzw. Versorgungs- und ABC-Unteroffizier-Däthisch. Hm. Ja, ich war bei der Luftwaffe. Ach so, noch nicht beim... Ja. Nee, das war ganz witzig. Aber was mit der Saftschubseherat? Nee, äh... Ich muss, ein Mod von mir ist auch da, der ist, äh, Fluggeräte-Mechaniker beim Airbus oder lernt er da gerade bei mir? Ja, ich war auch bei der Flugbereitschaft tatsächlich. Ja. Also ich war bei Flugbereitschaft BMVG in Köln beim S6 und hatte aber auch einen Auslandseinsatz in Italien, wie es sich für die Luftwaffe gehört. War eine gute Zeit. Die AK-47 muss eines der besten Gewehre sein. Jein, jedes Gewehr hat ja sein Einsatzgebiet. Wenn ich jetzt also mit dem AK-47, wenn das jetzt sportlich zugelassen wäre, würde ich da mit 100 Meter Präzision nicht unbedingt in den vorderen Plätzen liegen. Das kommt halt auf den Verwendungszweck darauf an. Es ist richtig, dass das AK-47 in der Kategorie Sturmgewehr eines der besten Gewehre aus folgenden Kriterien ist. Es ist einfach und kostengünstig herzustellen. Es ist absolut ultimativ zuverlässig. Darunter leidet natürlich die Präzision. Aber ein Sturmgewehr muss nicht, das ist kein Präzisionsgewehr für Sportschützen oder auch nicht für Scharfschützen. Oder Marksman, was weiß ich. Dafür ist das Ding ja auch nicht gedacht. Aber für den Einsatzweg, das Sturmgewehr, das Ding kann jeder Schimpanse bedienen. Das ist so einfach. Einfach in der Handhabung und in der Kategorie Sturmgewehr ist es eines der besten, wenn nicht das beste Gewehr. Also das Ding ist halt bei der AK-47, da gibt es auch ein ganz interessantes YouTube-Video zu. Da hat jemand wirklich dasselbe Gewehr, was ich jetzt gekauft habe. Also eine zivile SDM, also hier aus China, hat das Ding genommen, auf den Skistand mitgenommen und auf bis 400 Meter mit offener Visierung auf Mannscheiben geschossen. Das war halt in den USA, da ist das erlaubt. In Deutschland, hier dürfen wir ja nicht auf Mannscheiben schießen. Und der hat bis 400 Meter mit der AK eigentlich auch ein mannhohes Ziel immer noch ganz gut treffen können. So ab 300 Meter wurde es natürlich schlechter, aber für ein Gewehr, was ja eigentlich für den Einsatz im Krieg entwickelt worden ist, ist es absolut in Ordnung. Also wenn du auf 300 Meter, 400 Meter noch ein Ziel bekämpfen kannst, dann ist das okay. Aber du nimmst halt sowas eigentlich nicht so zum Sportschießen. Genau, eine eierlegende Wollmilchsau gibt es halt auch bei Waffen nicht. Zum Beispiel ich, ich habe zum Beispiel, googelt mal meine Pistole, die Heklonkoch Mark 23. Kennst du die, Mark? Weiß ich nicht. Das ist eine der meistgetesteten Kurzwaffen der Welt, eine mit der robustesten. Hält locker, also das war ja von Socom, das war von den USA ausgeschrieben für die Special... Spezialeinheiten, Navy Seals etc. Es wurde eine Kurzwaffe verlangt, die allmöglichen Scheiß standhält. So, daraufhin hat Heklonkoch sich dran gesetzt und hat die Mark 23 entwickelt. 50.000 Schuss, Schussbelastung ohne Probleme, zig Stunden Salznebeltest ohne Probleme, weil es ging halt auch darum, gerade auch für Seals, deswegen hat er auch maritime Finish und alles, das Ding rostet nicht, das kann nicht rosten. Und Gewinde. Mit Gewinde natürlich, ja klar hat die ein Gewinde. Gewinde für Schalldämpfer. Das 6 Zoll Lauf, das Ding ist mega monsterpräzise und ultra robust. Das ist quasi eine AK-47, die aber auch noch extrem präzise ist. Ja, das ist wirklich so eine halbe eierlegende Wollmilchsau. Und es hat sogar der deutsche Hersteller bei den Amis den Zuschlag gekriegt und es wurde hier bei dementsprechenden Spezialeinheiten, wurde die eingeführt. Ist auch in vielen berühmten Filmen, ist sie auch zu sehen, wo Spezialeinheiten die Mark 23 benutzen. Sie wurde allerdings, war sie dennoch nicht ganz so teilweise beliebt, weil die, sie ist dadurch sehr, sehr groß ausgefallen. Ja, das ist ein richtiger Trümmer. Das ist fast als hältst du eine Desert in der Hand. Ja, also ich kann dir die gerne mal zeigen. Das ist schon ein echter Klopotteck. Und daraufhin, das ist übrigens, die Mark 23 ist auch quasi die Mutter aller USP. Aus der Mark 23 ist dann erstmal die Weiterentwicklung für die Seals entstanden, die Tactical. Dann ist daraus entstanden, die halt die normale, die Heckler & Koch USP. Die Bundeswehr führt sie unter der Bezeichnung P8. Die P8 ist nichts anderes als die USP. Die Bundeswehr hatte damals nur, die hatte halt gesagt, jo, alles klar, Heckler & Koch, wir wollen jetzt unsere P1 ersetzen, wir wollen die USP haben. Weil, wie gesagt, durch die Mark 23, die Weiterentwicklung USP, das hat Wellen geschlagen. Die Deutschen wollten die Waffe auch haben. Nur die halten dann halt so Besonderheiten. Die wollten dann halt, dass die Waffe auch zum Beispiel meine, die kannst du nur im, reicht ja wie die meisten Waffen auch im gespannten Zustand sichern. Die Bundeswehr wollte halt, dass du die auch generell sichern kannst. Dann hat die Bundeswehr noch einen anderen Sicherungshebel. Das Hebel, der Sicherungshebel ist anders. Der ist quasi angepasst, dass da so ähnlich ist wie bei der P1. Sonst war das, also da haben die eine Änderung und die wollten halt durchsichtige Magazine haben. Also im Grunde genommen jetzt nicht viel. Und halt, genau, und ganz wichtig, der markanteste Unterschied zu USP, zu P8 ist der gezogene Lauf. Normalerweise hat die einen Polygonlauf, aber Bundeswehr wollte das nicht. Die hat keinen, die P8 hat keinen Polygonlauf, zumindest war es damals nicht. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile eine weiterentwickelte P8 gibt. Okay. Damals war es das nicht so. Ja. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Monstergenie. Also ich liebe meine Mark 23. Das ist echt, das ist ein Trümmer. Das ist eine halbe Artillerie, die du mit dir führst. Aber mach Spaß. Ich habe ja noch so einen kleinen Revolver, so einen Weihrauchrevolver mit, ich glaube, 2,5 Zoll Lauf oder so. Oder 2,75 Zoll Lauf. Also wirklich nur so einen Lauf halt, richtig kurz. Und wenn du dann da mal so Defensivmunition rausverschießt, also die halt wirklich, sag ich mal, richtig Druck hat. Das sind 3,75er, das ist auch heftig. Also weil die ja nichts wiegt. Also die wiegt halt irgendwie 900 Gramm oder so. Rieses, also ganz kurzer Lauf. Und das ist halt auch, also das Ding kostet neu irgendwie, ich weiß gar nicht, um die 200 Euro oder so. Oder etwas mehr, glaube ich. Also eine neue Waffe, total verrückt eigentlich. Und das ist so geil, das Ding. Das macht so einen Spaß. Also wenn wir uns mal treffen zusammen zum Schießen, dann bringe ich die mal mit. Ja, wir wohnen ja auch nicht weiter aus. Jetzt wurde selbst umgezogen, wir wohnen ja nicht aus der Welt. Und bald macht ja auch in Unna das Schießzentrum auf. Richtig. Aber ich weiß, das ist halt Hegeringstechnisch. Ich weiß nicht, ich muss gucken. Ich habe halt keine, ich schieße nicht gerne auf Hegeringständen, weil die kriegen immer Schnappatmung bei AR-15, bei vielen zumindest. Ja, ach, das ist aber auch nicht überall so, ne? Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ähm, aber ich habe schon, also wir haben schon, äh, viele, äh, negative Erfahrungen, äh, leider Gottes, auch gemacht. Weil wir bei uns im Verein, ähm, sie schießen sehr schnell, so das AR-15. Das geht wirklich bam, 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 bam. So, und da wurden wir schon, äh, des Standes verwiesen einmal. Okay. Ja. Ja. Also so, und weil er gesagt hat, den Stand zurück, da kommt aber die Scheibe nach hinten. Also 100 Meter, bam, 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 bam. Scheibe kommt zurück. So. Passt. Ja, äh, das, äh, schafft so mancher Weidmann nicht, äh, mit einem Schuss pro Minute, ja? Jetzt mal ein bisschen übertrieben auf die Kacke gehauen, gesagt, ne? Aber da hatten wir schon, äh, wie gesagt, da hatten wir auch schon Probleme. Ja, ach, es gibt immer mal wieder Probleme mit den lokalen Ständen, wo man dann da, ne, egal ob du da als Jäger hinkommst, ne, wenn du, es gibt auch hier Skistände, äh, da wirst du komisch angeguckt, wenn du mit deiner Jagdwaffe mit Schalldämpfer kommst, ne? Ja. Weil das bei den Sportschützen einfach, ja, nicht verbreitet ist, ne, und dann meinen die auch, das wäre illegal, und ich kenne einen Fall, da war es sogar schon so, da ist halt ein Jäger mit, äh, seiner, äh, schallgedämpften Waffe auf den Skistand gegangen. Ja. Da haben die die Bullen geholt. Und da hat der Skistandleiter, äh, weil er nicht wusste, dass das erlaubt ist, und auch, ne, wollte ihm nicht glauben, dass das erlaubt ist, haben die Bullen gerufen. Ja, und also, ja, die Bullen sind natürlich gekommen. Ja. Haben kurz in die WBK geguckt, da steht der Schalldämpfer ja drin, und dann war das Ding gegessen. Ja. Aber sowas Albernes gibt's halt immer mal wieder, anstatt dass man mal miteinander redet. Ja, das ist ganz genau. Total albern eigentlich, aber okay, da muss man vielleicht mit leben oder so. Dann fährt man da halt nicht mehr hin, fährt man woanders hin. Ja, ne, es gibt Stände, wo ich weiß, dass ich partout da nicht hinfahre. Aber, ähm, das ist halt so, ne. Wie gesagt, es gibt halt Stände, die ich auch wirklich auch schon erlebt, Kompel von mir, der durfte nur zwei Schuss laden, im AR. Der hat auch gesagt, ey, ich möchte hier trainieren, was zwei Schuss laden. Ja. Wie zwei Schuss laden. Ne, mehr gibt's hier nicht, aber, hm. Ja, super, einmal hin und dann, ja, dann, der Tag noch. Ja. Ja, das ist auch albern sowas. Deswegen, also es kommt immer darauf an, also wie gesagt, bei Hegelingständen habe ich teilweise da was, unsere Art von, wie gesagt, wir sind ein BDS-Verein. Wir schießen ein bisschen schneller, ein bisschen auch mal ein bisschen dynamischer. Ähm, da bewegt man sich auch mal, genauso wie beim BDMP, äh, da wird sich auch bewegt beim Schießen, da wird mal vorgegangen vom Verschiedenen, ne, äh, da gibt's halt auch ein paar dementsprechende Disziplinen und das, äh, kannst du auf manchen Hegelingständen halt nicht machen. Je nachdem, also, ich will da nicht alle überein Kamm scheren, um Gottes Willen, es gibt's auch welche, die sind da richtig, äh, cool drauf, aber es gibt halt auch welche, die schon die Krise kriegen, wenn das Ding keine Holzschaft hat, ist so. Ja. Also, bei mir ist es halt so, ich bin da eigentlich auch klassisch, muss ich sagen, aber ich hab natürlich auch so dieses AR-Fable oder halt irgendwelche geilen Halbautomaten, so kultige Sachen wie die AK oder so, aber meine Hauptjagdwaffe ist tatsächlich, ne, ganz klassisch deutsches Kaliber 8x57 und dann Walnussschaft, ne, also auch so, keine Ahnung, das, was richtig Uriges halt, ne, ist natürlich eine moderne Waffe, also ist halt eine CZ 557 Luxus, also halt was Modernes, aber eben auch mit so einer ganz klassischen Optik. Und, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, so bei der Jagd, ne, ähm, jeder kann zur Jagd gehen, wie er das für richtig hält, ne, also das, äh, es gilt immer nur für einen selber, aber ich finde das halt schon irgendwie schon cool, wenn man sich da auch ein bisschen klassischer bewegt, denn, äh, so bei der Jagd ist es ja halt auch im Grunde so, man pflegt ja auch eine sehr alte Tradition, ne, und das, äh, ist halt einfach so, ne, gerade in Deutschland ist es natürlich sehr ausgeprägt mit der Jagdtradition oder eben auch mit dem, ja, ähm, mit der weitmännischen Sprache und so, ne, also das ist ja alles so jagdliches Brauchtum und, äh, deswegen finde ich das eigentlich auch so gar nicht so schlecht, wenn man da so ein bisschen traditioneller rangeht, aber man letztendlich, da bin ich ja auch sehr freiheitlich eingestellt, das muss jeder für sich entscheiden und dem Tier, ja, dem ist es letztendlich egal, ne, äh, womit es erlegt wird, ob das ein schwarzes Gewehr ist oder ein Gewehr mit Holzschaffung. Das Tier ist mit Army einverstanden. Wichtig, wichtig ist, dass es nicht leidet und solange das gegeben ist, ist es völlig egal, welche Farbe das Gewehr hat, ne, also, naja, aber okay. Ja, Foxe Hengst, es werden Fragen beantwortet, du kannst gerne Fragen stellen. Also hau rein. So, und nochmal zwischendurch, Leute, danke für die ganzen Follows und, äh, Subs und Resubs, wie gesagt, ich habe absichtlich die Alerts gemutet, damit es nicht stört bei so einem Abend, ähm, ich bedanke mich natürlich, ich lese auch, oh Gott, ja gut, ich lese nachher gleich mal alles vor, die Subs, ähm, und, ähm, auf jeden Fall, danke an die, die dabei waren auch schon mal so, sind auch schon einige zwischendurch gegangen, ich habe das natürlich alles registriert, aber, wie gesagt, äh, das wäre halt blöd, ich möchte nicht andauernd unterbrechen, danke für deinen Sub und, ähm, ich denke mal, da habt ihr heute alle für Verständnis, äh, wenn das mal ein Abend nicht so ist, weil ich denke, das wird so eine, so eine Talkrunde hier dann doch dementsprechend stören, das möchte ich natürlich nicht. Äh, so, Foxe haut auch direkt eine Frage raus, sehe ich gerade, welche Art Waffe ist grundsätzlich verboten, Kaliber, Schussmodus, Kaliber wüsste ich jetzt nicht, äh, Kaliber, es gibt Munitionsarten, die grundsätzlich verboten sind, aber ein bestimmtes Kaliber wüsste ich jetzt nicht, äh, doch, es gibt verbotene Kaliber, also es gibt Kaliber, die grundsätzlich verboten sind und auch, ähm, wo die Waffen dann entsprechend dann auch verboten sind, ne, also das ist hier, äh, irgendwas mit unter 6,3 Millimeter Zentralfeuer, bla, irgendwie so, aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht, aber es gibt, gibt es definitiv und natürlich Vollautomaten sind. Ja, Daniel schreibt es kurz zu knapp zum Beispiel, alles, was unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt, ganz genau, das ist natürlich kurz knapp präzise, ähm, aber sonst natürlich Vollautomaten, ähm, ja, hatten wir vorhin auch, sind jetzt nicht grundsätzlich, aber für den Privatmann sind die grundsätzlich, das Wort grundsätzlich ist immer so eine Sache, aber, ähm, vollautomatische Waffen sind verboten, es gibt aber Ausnahmen, solange es Ausnahmen gibt, gibt es auch kein grundsätzlich, ähm, aber wie gesagt, als Privatmann kommst du nicht an ein Vollautomat, da gibt es ganz ultimative Regeln, Vollautomat ist so übelst, selbst wenn du eine haben darfst, darfst du mit, es gibt keinen Stand, wo du damit auch schießen kannst, großartig, wie gesagt, du bist, wer weiß was für ein Sachverständiger, sonst was, und dann kannst du das Ding auch nicht einfach transportieren, das musst du sogar deiner, wenn du nämlich deine vollautomatische Waffe, kann ich nicht, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, eine vollautomatische Waffe, ähm, wenn ich damit, wenn ich die transportieren möchte, kann ich nicht wie mein AR-15, sondern ich muss das vorher meiner Behörde melden, dass ich jetzt Samstag um 10, äh, da und da hinfahre, ist das richtig? Ich meine, ich meine, äh, der Transport müsste, also ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, der Transport ist schon ein Drama, dass du das, dass du den vollautomatischen Dingens, äh, äh, anmelden willst. Genau, und der Rollstuhl-Shooter schreibt noch, ähm, soweit mir bekannt dürfen, Sammler mit einer Ausnahmegenehmigung des BKA-Vollautomaten besitzen. Ich glaube, ja, das ist möglich, aber dann eben wieder auch nur so mit so einer Ausnahmegenehmigung, ne, also, ähm, wie gesagt, grundsätzlich ist immer ein gefährliches Wort, weil es, äh, immer Ausnahmen vom Grundsatz gibt, gerade so, äh, was so Sondergeschichten angeht. Also, aber man kann durchaus sagen, dass es halt für den normalen Sportschützen oder Jäger, ähm, oder auch für den normalen Sammler in der Regel keine Vollautomaten gibt, ne, da gibt es ja Ausnahmen und, ja, wahrscheinlich auch relativ selten sowas. Ja, genau, das ist jetzt von wegen der Munitionsart, das ist ja das, was ich sagte, Treibschügel-Munition, klar, ist auf jeden Fall verboten, ähm, da es Munitionssorten gibt, die verboten sind, sind klar, mir ging es jetzt nicht nur speziell um das Kaliber, das ist also Kaliber, ähm, aber da wurde ja auch schon, äh, beantwortet, hier, das sind die, äh, mehrschüssige Kursverband-Kaliber-Kleiner 6,3 und Zentralfeuer-Zündung. Dann zündung nicht, weil dann wird natürlich eine 22er da drunter fahren. Dann fragt der Fox, der Hengst fragt noch, fällt die AK-47 da nicht unter das Kriegswaffenkontrollgesetz? Ähm, äh, ja, wenn es eine vollautomatische AK-47 ist. Ich zum Beispiel habe aber eine halbautomatische AK-47, die hat natürlich jetzt keine sportliche Zulassung, das heißt, die kannst du nur als Jäger kaufen, ja, aber es ist halt eine Halbautomat und somit, ja, eben kein, keine AK, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt, also kannst du sie auch kaufen, ne? Ja. Und, ähm, das muss man immer unterscheiden, also wenn wir jetzt hier AK-47 sagen, dann heißt das nicht, dass wir hier Vollautomaten im Schrank haben, sondern das sind halt immer zivile Halbautomaten, ne? Genau. So. Was ist da jetzt die nächste Frage? Gibt es irgendeine Möglichkeit, sich einen SCAR genehmigen zu lassen, obwohl die nicht eine zivile Herstellung nachweisen? Gibt es die denn als Halbautomat? Das wäre generell mal so eine Frage. Das, ich weiß gar nicht, ob es da eine SCAR, eine halbautomatische Version von gibt. Weiß ich auch nicht. SCAR habe ich nicht im Saft. Ist nicht mein Gewehr. Ja, genau, dann noch die Anmerkung von Exterminator Daniel, also in 2.2.3 kann man die AK auch als Sportschuss zu kaufen. Ja, ganz genau. Ja, im Sportlicher zu, es gibt die sportlichen Varianten. Genau. Das ist aber halt auch wieder so, ach ja, das hat mit der, mit der Patronen, mit der Hülse zu tun. Die Hülsenlänge ist ja bei der AK 39 Millimeter, 7,6 ohm mal 39 ist das Kaliber. Am Ende steht in der Regel die Hülsenlänge, also mal 39 und im Waffengesetz steht halt, dass zentral, dass Patronen mit einer Hülsenlänge unter 40 Millimeter halt nicht sportlich zugelassen sind. Ich als Jäger habe da kein Problem mit, weil das mich nicht betrifft, aber ja, es gibt dann halt Sportschützenversionen von der AK, die sind halt im Kaliber 2.2.3 Remington, weil die Hülse da einfach über 40 Millimeter ist und man so quasi nicht mehr unter diese Regulierung fällt. Ist ein bisschen blöd, weil man macht quasi, ja, man muss ja auch Aufwand betreiben, um so ein Gewehren 2.2.3 herzustellen, also der Lauf muss gewechselt werden und man braucht quasi eine neue Waffe, halt nur eben in dieser AK-Optik und das macht das Ganze auch so ein bisschen teurer. Also meine AK war jetzt nicht teuer, die hat 590 Euro gekostet aus China und wenn du so ein 2.2.3 kaufst, so für Sportschützen, dann gibst du deutlich mehr aus. Das einfach nur, weil dieser einen Millimeter an der Hülse quasi fehlt. Ist halt ein bisschen doof, so. Genau, dann haben wir hier noch eine Frage von, oder eine Anmerkung, die so Richtung Grundkontingente zählt. Das ist vielleicht auch noch was Interessantes. Genau, das hatten wir auch noch gar nicht erwähnt heute, genau. Also du kannst halt nicht immer beliebig viele Waffentypen sozusagen kaufen. Also als Jäger ist es zum Beispiel, ich kann so viele Langwaffen, egal welchen Typs, kaufen, wie ich will. Ich muss halt nur Platz dafür im Schrank haben, ja. Bin aber reglementiert auf Grundkontingent, nennt sich das. Also standardmäßig kann ich erstmal nur zwei Kurzwaffen kaufen als Jäger. Das ist also sozusagen mein Grundkontingent. Bei den Sportschützen sieht es glaube ich so aus, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, ich weiß es nicht mehr so genau, ich glaube, es sind zwei halbautomatische Langwaffen und drei halbautomatische Kurzwaffen. Genau umgekehrt, genau umgekehrt. Oder umgekehrt, genau. Und du kannst aber bei den Sportschützen wieder, das ist halt auch ganz interessant, wenn du jetzt, sag ich mal, aktiv wirklich Wettbewerbe mitschießt und so. Dann hast du oben quasi, also ich kenne welche, die haben fünf, nee, 14, ich kenne an, der hat 14 Kurzwaffensportschützen. Genau. Und wenn du halt wirklich viele Disziplinen schießt und auch wirklich viel Sport machst, dann kannst du über dieses Grundkontingent auch hinausgehen. Du musst es dir im Grunde nur eben dann über die Wettbewerbe musst du halt nachweisen können, ne, ich brauche halt wirklich für diese eine Disziplin. Genau, wir reden aber von Halbautomaten. Auf gelbe WBK habe ich das nicht, da habe ich kein Grundkontingent. Genau, da kannst du dann halt im Grunde dir einen 98er kaufen, einen Nagant, einen K31, noch eine Bockflinte, noch ein Kleinkalibergewehr, ne, also da kannst du, da hast du diese Reglementierung da nicht, es geht nur rein um Halbautomatische Waffen. Genau, wenn du halt die zwei Kurzwaffen Vollast und die drei Halbautomatischen Langwaffen, gibt natürlich noch die Ausnahme des Vorderschaftsrepetierer, der kommt auch auf grün, ähm, gut meine sowieso, weil das ja auch eh ein Halbautomat ist, der nur umstellbar ist, aber der wird auch auf grün kommen. Dann heißt drei lang, zwei kurz und dann müsstest du, wenn du halt, äh, weil das ja eh auch immer bedürflichstechnisch über den Verband geht, ähm, da gibt's dann halt, dann, äh, musst du halt nachweisen, dass du dementsprechend, äh, da tätig bist. Also ich könnte auch ohne Probleme, ähm, wie gesagt, deswegen, es kommt ja wahrscheinlich auch dieses Jahr die dritte Kurs, ich kann mit meinem, auch mit dem, selbst was ich an Wettkämpfen schieße, kann ich locker auch vier Kurzwaffen erfülle ich schon. Als ich auf Landesebene geschossen habe, konnte ich sogar bis zu fünf, also hätte ich da schon erfüllt. Und man muss es nur einmalig erfüllen, also das ist nicht rückwirkend, dass du es dann abgeben musst. Wenn du jetzt halt mal aktiver Wettkampfschütze bist, hast dann vier Kurzwaffen und dann bist du nicht mehr so ganz aktiver Wettkampfschütze, das wird dir dann aber nicht mehr weggenommen, ne, so nach dem Motto, du bist jetzt nicht mehr, jetzt musst du einfach mal wieder zwei abgeben, das ist nicht so. Dann hast du, dann hast du quasi deinen Grundkontingent erhöht und diese Erhöhung bleibt dann auch. Genau, dann haben wir noch was Schönes von Fox der Hengst. Die Frage stelle ich gleich mal dir, Paui. Welche Waffe würdet ihr als euer Schmuckstück bezeichnen? Okay. Das ist immer eine schwierige Frage. Eigentlich mag man ja alle seine Waffen. Ja, ich muss aber sagen, wie gesagt, ich liebe alle Waffen und ich würde auch keine jemals wieder verkaufen, es sei denn, ich habe Geldnot oder so, also wirklich aus vielleicht aus finanziellen Gründen. Ansonsten wird nur dazu gekauft, ähm, ich hänge Schmuckstück, ich finde mein AR-15 geil, ist aber definitiv nicht in dem Sinne mein Schmuckstück. Meine 464 ist auch kein Schmuckstück, die Zombie-Waffe, das ist einfach nur so ein Spaßding. So, ich liebe es, ich liebe meine Benelli M3, ich schieße damit ja am liebsten Fallscheibe. Es ist, ich liebe halt, Flinte macht einfach nur Bock. Ähm. Flinte ist geil. Aber ich gehe jetzt mal eher so auf diese emotionale Ebene und, ähm, ich K98 und mein M1 Garant, äh, oh, die beiden, also ich würde dann, also ich müsste ich mich, also ich würde gerne beide nennen, mein M1 Garant und mein K98, müsste ich mich quasi jetzt sagen, okay, nee, sag nur eins als Schmuckstück, dann würde ich zum K98 tendieren, aber auch nur, weil das halt mein allererstes, äh, Gewehr dann war. Aber ansonsten möchte ich mich, also das sind meine beiden Schmuckstücke, meine, ne, meine guten alten Schatzis. Ja, bei mir ist es auch schwierig, ne? Also ich habe ja noch ein paar mehr Waffen und das ist immer sehr schwierig, wenn diese Frage gestellt wird, was ist so dein Spuckstück? Man schafft sich ja nicht eine Waffe an, ähm, sondern mehrere und das hat ja auch einen Grund, weil natürlich jede Waffe, die man sich kauft, irgendeinen Zweck erfüllt. Manchmal ist es einfach nur, um die zu haben, weil sie cool ist oder weil es halt Spaß macht, damit zu schießen. Dann hat man aber auch manchmal Waffen, die man eben wirklich als Gebrauchswaffen sieht, ne? Also gerade bei der Jagd ist es ja nicht unwichtig, dass man da auch was hat, was man halt mit sich rumträgt, was auch, worauf man eine Macke drankommen kann, ja? Weil man es halt wirklich dann eben draußen eben führt oder halt, weil man damit besonders sportlich, äh, aktiv ist, ne? Deswegen ganz schwierig. Also, ähm, so optikmäßig würde ich sagen, meine coolste Waffe ist auf jeden Fall die Pumpflinte, diese Mossberg 500 mit der Holzschäftung und so, also wirklich was ganz Klassisches, ähm, das ist so, glaube ich, optisch, und da schießt sich auch gut mit, ne? Also wir waren ja auch mal mit auf so einem Jagdparcoursstand, also da kommen die Tauben, kommen relativ nah ran, also die Tontauben, keine echten Tauben, ich sag's nochmal ganz bewusst, ähm, die kommen auf relativ nahe Distanz ran und, ähm, die Flinte, die ich da hab, die hat halt einen Zylinderschok, also quasi gar keinen Schok, dadurch ist die Streuung relativ breit, sag ich mal, und, äh, gerade so bei so Ski-Distanzen, wo du halt Tauben hast, die relativ nah kommen, da macht das mit der Pumpe einfach Bock, ne? Das ist einfach geil. Soll ich dir mal was, ich muss, ich muss mich einmal outen, und das tut mir in der Seele weh, ich hab noch nie Tauben geschossen, ja? Das musst du unbedingt mal machen. Sollen wir das nicht mal in Angriff nehmen? Ja. Dann kann ich, das ist, dann nehm ich auch mal eine Benelli für, das ist ja, die ist, denke ich, die ist ja auch wunderbar dafür. Also das können wir auf jeden Fall mal machen, das ist auf jeden Fall, also Tontaube ist generell super, weil das halt was total Dynamisches ist und du zielst ja auch nicht mehr, das ist im Grunde halt ein Deutschschuss und, äh, das ist halt, äh, macht einfach ultra Spaß. Am Anfang ist natürlich ein bisschen schwierig da, wenn man das noch nie gemacht hat, so ein bisschen reinzukommen, aber wenn man im Vorfeld das schon mal so ein bisschen erklärt bekommt, wie das funktioniert, dann hat man auch relativ schnell Erfolge und das ist halt wirklich eine ganz interessante Art zu schießen, weil es halt eben mit diesem, diesem Ziel nichts mehr zu tun hat, sondern die Taube kommt, du reagierst, du drückst ab und das ist halt was sehr, sehr Direktes halt, ne, so eine tolle Art zu schießen. Nochmal kurz, weil jetzt gerade die neu dazu gekommen sind, ja, Marc hat einen Delay, ähm, das ist absichtlich, wir konnten uns entscheiden zwischen, äh, kein Delay, weil das ist halt wegen der Technik und alles, so wie wir das aufgebaut haben, das läuft über einen RTMP-Server, ähm, ähm, entweder habt ihr den Delay oder Marc und ich haben bei unserem Gespräch einen vier Sekunden Delay und wir haben uns aber vorhin einstimmig dafür entschieden, weil es stört ja auch nicht, ähm, ich hab zwar gesagt, Marc soll einen Schleier vor den Mund nehmen oder einen Popschutz oder einen auf Michael Jackson, aber, ähm, nein, das ist voll, ist, ist normal, also liegt jetzt nicht an euch, äh, oder so ist der Delay beim lieben Marc, ist, ähm, normal. Dann die eine Frage hier noch, ähm, da möchte ich nicht drauf eingehen auf die Frage, was haltet ihr von der Idee Selbstverteidigung als Bedürfnis? Das würde wiederum, ähm, die Frage möchte ich ehrlich gesagt auch nicht beantworten, ähm, das ist quasi nicht Thema, äh, die Frage, das Selbstverteidigungsbedürfnis, ähm, ja, die möchte ich gerne außen vor lassen, äh, die Frage, das wird dann zu sehr in die Richtung pro-Kontra-Waffenbesitz, äh, abdriften und deswegen, ich habe dazu natürlich selbstverständlich auch meine Meinung, aber, äh, das Thema möchte ich hier allerdings so nicht, äh, ne, quasi. Genau. Dann haben wir hier Exterminator Daniel, äh, hast du das gesehen, Paui? Dann kommt doch mal vorbei, einen kleinen Tonstaub, Ton, Tauben, äh, Taubenstand haben wir im Wald. Wo kommst du denn her? Ja, wo kommst du, wo kommst denn du weg? Genau, dann vielleicht wäre das ja mal eine Möglichkeit. Warst du denn, warst du denn auch Schwerte oder was? Ich hatte Schwerte wegen des, Schwerte sind kein Ding. Schwerte. Schwerte ist ein Klacksmaker. Ja, Schwerte ist ja, kann man ja ganz gut erreichen, von mir aus auch noch. Können wir ja vielleicht mal was, dann können wir ein bisschen filmen oder so. Müssten wir mal einen Termin finden. Ja, da kann man ja, das lässt sich ja ein. Also wenn, das muss natürlich ein Stand sein, sag ich mal, wo die, äh, Pumpflinten nicht unaufgeschlossen sind, ne? Ja, aber wir kommen mit Pumpflinten an, ne? Ja, genau. Weil wenn schon, denn schon. Ja. Also ich, ich habe auch keine, äh, Bockdoppel oder so. Also wenn dann, äh. Also ich habe eine Bockflinte, habe ich ganz vergessen. Äh, ich habe eine Bockflinte, das ist so eine Khan Arms, äh, ganz kurze Bockflinte, so Zombie-mäßig auch quasi. Ja. Die habe ich mir auch irgendwann mal so einen tollen Moment gekauft, wo ich dachte, oh die, ey, die habe ich seit Jahren nicht geschossen, ne? Ne, weil die kannst du eigentlich auf dem Tontau im Stand gar nicht nehmen zum Schießen, weil die Läufe viel zu kurz sind, weil da überhaupt keine Chokung drin ist, ne? Also völliger, völliger Fehlkauf eigentlich, aber sie steht halt noch im Schrank, ne? Weißt du ja nicht, dass, ähm, wir, also ich habe, bei uns im Verein sind auch ein paar Büchsenmacher, sogar Büchsenmacher-Meister und, ähm, ich habe, äh, vor ein paar Monaten mit einer abgesägten Schrotflinte geschossen. Vollkommen egal. Das war ihm, er hatte mal, das ist ihm so ein Wettkampf mit der Behörde, er hat sie eingetragen als Kurzwaffe. Er hat eine, warte mal, ich gucke mal, ob ich das Bild habe. Ja, ja, ne, klar, Lauflänge unter 30 Zentimeter, Gesamtlänge unter 60 Zentimeter, dann ist es halt eine Kurzwaffe, ne? Ich versuche da nochmal eben zu, er hat die mitgebracht auf dem Stand. Es ist sowieso immer interessant, wenn du Büchsenmacher im Verein hast, was die manchmal mitbringen auf dem Stand. Und auch mal Kundenwaffen, so Exoten, die sie dann testen und so, eieieie, leckerchen manchmal ich da mal. So, ich scrolle hier gerade mal. Ich weiß nicht, ob ich habe es. Ach, hier haben wir noch eine schöne Frage von, äh, DZ Easy. Wenn ich jetzt einen Autounfall fabriziere, könnte ich deswegen meine Erlaubnis verlieren? Das ist durchaus möglich, ja. Ich sag mal, wenn du jetzt ganz normal einfach einen Unfall hast, weil du unaufmerksam bist oder einem die Vorfahrt nimmst oder so. Ich blende mal kurz hier, erzähl mal weiter. Ich zeige jetzt gerade kurz ein Video. Dann eher nicht. Aber, äh, wenn du zum Beispiel besoffen Auto fährst und da irgendwas machst halt, ne? Dann, äh, auf jeden Fall schon. Das kann schon dann passieren, ne? Also, wenn du dann über 60 Tagessätze Strafe bekommst, dann ist die Zuverlässigkeit weg und dann sind die Waffen auf. Als Kurzwaffe eingetragen. Also, im Waffengesetz ist es so geregelt, wenn du halt mal eine Strafe bekommen hast mit über 60 Tagessätzen, dann bist du halt zuverlässig, bist du raus. Äh, oder wenn du halt zum Beispiel zwei kleinere Vergehen hattest mit weniger als 60 Tagessätzen, also zum Beispiel zweimal, einmal 10 und einmal 15 oder so, dann bist du halt auch schon raus, ne? Also, das wird in Deutschland relativ streng ausgelegt. Also, wenn du halt zum Beispiel besoffen Auto fährst und einen Unfall baust und da noch mit Personenschaden oder was weiß ich, dann, äh, kannst du davon ausgehen, dass dann die Waffen weg sind, ja. Und, ähm, klar, gerade auch Drogen und Alkohol. Das antwortet nämlich gerade Bomberstick darauf. Da ist es natürlich auch so, ähm, es gibt auch noch so eine Klausel im Waffengesetz bezüglich der Zuverlässigkeit, dass du, wenn zum Beispiel vermutet werden kann, dass du alkoholkrank bist oder drogensüchtig oder aber zum Beispiel psychisch nicht ganz auf der Höhe, dann ist das auch auf jeden Fall ein Ausschlussgrund, ne? Das ist die sogenannte persönliche Eignung, so heißt es im Waffengesetz. Ähm, und wenn die nicht gegeben ist, dann, äh, bist du da auch raus. Jut. So, abschließend noch ein, zwei Fragen, Leute. Das ist nämlich, glaube ich, schon 20 vor 11. Marc und ich, wir müssen auch quasi, äh, zeitig, ähm, ins Bett. Also haut mal noch ein, zwei Fragen raus, die jetzt zum Abschluss hier, äh, Powi als einschüssige KW in gelbe WBK. Ähm, die ist ja nicht, äh, einschüssig. Die ist ja nicht einschüssig hier, die ich da gerade gezeigt habe. Hast du die gesehen, Marc? Ja, aber die zählt als Einzellader. Tatsächlich. Ja, okay. Aber ich glaube, ähm, das, da wird es keine sportliche Disziplin für geben. Nein, die ist, die ist nicht, also ich habe die nicht eingetragen. Die hat, ähm, die hat nur quasi, die hat, ähm, ähm, Schützenkollege gebaut selber, Hüchsemacher. Und, ähm, der hat, äh, die als Kurzwaffe eingetragen. Ich weiß nicht, als, also, nicht als sportlich, also, äh, als Sportschütze kriegst du die trotzdem nicht. Ja, also ich könnte sie ihm nicht abkaufen, weil, ähm, die nicht, äh, sportlich zugelassen. Da gibt es keine, weil da gibt es keine Disziplin für. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ja, komm, gib her, ich kaufe die jetzt mal als einschüssige, die ganze, ähm, nein, das wird nicht funktionieren. Ja. Dann haben wir noch eine Frage von Mattis, äh, was passiert mit der Waffe? Ach, da ist er ja sogar, da, da ist er ja sogar. Also der Besitzer dieser Waffe. Ah, okay. Der ganze, da ist er, der ganze, ich sag mal, äh, Björni Baby, bist du jetzt Meister oder nicht? Bist du Büchsemacher Meister oder nicht? Du könntest jetzt, jetzt haben wir direkt den Besitzer der Waffe hier. Du könntest das vielleicht mal erklären, äh, als was, wie hier. Hier haben wir ein schönes, das ist ja hier ein Service. Leute, hier ist, äh, der Chef der Waffe, der, der, der sie gebaut hat. Und zwar hier. Danke Björn für das schöne Bild. Ja. Da ist er. Ja, nice. Sehr cool. Da seht ihr sie mal richtig. Kein Meister. Okay, ja, das war ich mir nicht sicher bei dir. Da war ich mir nicht sicher, ob du Meister bist. Für mich bist du ein Meister. Als Kurzwaffe auf Jagdschein hat er sie eingetragen. Ja, guck. Ah, okay, guck. Ja, ja, witzig. Ähm, was passiert mit den Waffen, wenn die WBK weggenommen wird, fragt Mattis. Und, ja, die werden halt von der Behörde eingezogen und vernichtet, ne? Äh, manchmal kann man auch noch so aushandeln, dass man die noch verkaufen darf. Aber, ja, wenn es halt irgendwie ein besonders schwerer Fall ist, dann werden die sofort eingezogen und dann, äh, in der Regel der Vernichtung zugeführt. Also, ja, ist halt schwierig, ne? Manchmal ist es auch so, wenn es jetzt um kleineres Vergehen geht, dass man die vielleicht noch bei einem Waffenhändler, den man kennt, einlagern kann, wenn die bis die fünf Jahre Sperrfrist abgelaufen ist, ne? Aber das ist auch wieder sehr stark abhängig von der Behörde. Das kann halt gehen von, wir finden eine Regelung, dass du sie in fünf Jahren wiederhaben kannst, bis hin zu, die werden halt vernichtet, ne? Hm. So. Ähm, genau. Stören euch die Regelungen in Deutschland, fragt, äh, Fox der Hengst? Ähm, ja, es kommt drauf an. Es gibt das Waffengesetz, das deutsche, wenn man sich da mal mit, äh, befasst hat, gibt sehr viele unlogische, bekloppte Punkte, ähm, die keinen Sinn machen. Ähm, also wie gesagt, es gibt Punkte, die kann ich so eins zu eins unterschreiben. Es gibt Sachen, die finde ich total Banane, äh, wo ich mir am Kopf packe, mit was fürem Sinn macht man das dann? Das sind meistens so Hauruck-Aktionen nach irgendwelchen Sachen, Amokläufen, die vorgefallen sind, weil das Volk irgendwas haben will, was gemacht wird. Darauf werden manchmal so Kurzschlussreaktionsänderungen vorgenommen, die teilweise dann aber auch nicht wirklich wenig Sinn machen, oder auch der eigentliche Zweck, der damit dann bezweckt wird, mehr Sicherheit, ähm, wo aber die Logik dahinter steht, äh, wodurch haben wir dann dadurch mehr Sicherheit? Da gibt es ein paar Punkte, also die sind wirklich, jeder normal denkende Mensch, ob Waffengegner oder nicht, wird dann denken, ja, okay, das macht jetzt nun mal, äh, äh, wirklich keinen Sinn. Genau, das ist bei mir auch so. Also ich finde, wir haben viele gute Sachen im deutschen Waffengesetz, die auch Sinn machen, wie zum Beispiel halt die, ähm, äh, Tresorpflicht, wie die Zuverlässigkeitsprüfung, ne, das hat, ist auch alles schon in Ordnung, aber in den Details sind halt so viele Regelungen dabei, wo man sich echt fragt, wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Weil das in der Praxis überhaupt keinen Sinn macht, ne, also allein diese Geschichte mit der Hülsenlänge, ja, das verursacht so viele Probleme und macht das so unnötig kompliziert und, äh, es ist einfach unlogisch, ne, und auch zum Beispiel jetzt diese Magazingeschichte, ne, ob ein Magazin irgendwie 10 Schuss hat oder 30 Schuss, ne, und die jetzt im Nachhinein zu verbieten, macht so keinen Sinn, weil die waren jahr-, jahrzehntelang waren diese Magazine frei verkäuflich, die konnte jeder kaufen, egal ob du eine Waffenbesitzkarte hast oder nicht, und jetzt werden die im Nachhinein verboten, was soll man denn mit den ganzen alten Dingern machen oder was, ne? Du brauchst in irgendwelchen Magazin nicht für meine, ja, ich hab, ähm, ja. Gut, dann ist doch das Thema, äh, dass Langwaffen generell nicht deliktrelevant sind, ne? Nee, gar nicht. Delikte passieren mit Kurzwaffen, warum sollte man also Langwaffen reglementieren, ne, und das sind halt so Sachen, wo du denkst, so, das ist keine Ahnung, das haben sich irgendwelche Sesselfurzer ausgedacht, ne, die mit dem Thema eigentlich nichts zu tun haben. Und das ist halt so, das sind so diese Kleinigkeiten, die mich echt total abnerven. Ja. Aber so ist das, wie gesagt, es gibt Punkte, die sind halt okay, aber generell, ähm, wie gesagt, äh, stören mich die Regelungen nicht. Es gibt einige Regelungen, die mich stören, so wie wir es gerade schon, äh, gesagt hatten, aber, ja. Ja. Jut! Jut, ähm, ich fand's richtig gut heute. Ja, bis auf die Tonproblematik, aber sonst... Ja, gut. Nächstes Mal nehmen wir einfach Skype. Ja, obwohl Skype, ja gut, da hatten wir diese Leckprobleme da, ne? Ja gut, beim nächsten Mal, dann, äh, lassen wir uns noch was Besseres einfallen, aber es gibt Schlimmeres, ja. Ähm, ich hoffe, hat's euch gefallen? Mal so Feedback hier. In der Zeit, wie ihr das sagt, bedanke ich mich mal eben hier, äh, schnell. Ich ratter das mal eben drunter. Schreibt mal, ob's euch gefallen hat. Äh, schreibt euch hin, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. So, und ich bedanke mich jetzt mal hier eben ganz schnell bei Forti für dein Resub. Ich mach's, ich ratter das jetzt nur schnell durch. 30 Monate, äh, das sind ja 60 Mark Forti, dankeschön. Raufi auch, bang, bang, danke für 30 Monate. Lightning Strike, danke für 19 Monate. Mr. LG, The Original, der liebe Erhard, auch im 30. Monat. Ja, voll nice. Ähm, dann Man of Kingdom, dankeschön für 20 Monate. Guten Abend, ich grüße dich, falls du noch da bist. Dankeschön für 20 Monate. Fego, danke für 19 Monate. Abo-Falle, aber sowas dann. Dann haben wir ein neuer Sub. Frankie Dotz, Frankie, dankeschön für deinen Sub. Dankeschön für deine Unterstützung. Willkommen hier in der Paui-Gang. Dann Sven Zielinski, 12 Monate bei, auch ambitionierter Jäger, zumindest virtuell bei The Hunter. Jetzt auch schon ein ganzes Jahr hier. Sven, mein guter Dankeschön für ein Jahr. Big Earl, 25 Monate. Hey, du, Dings, 25 und so, aber geil. Ich weiß. Earl, danke für 25 Monate. Black Sun, Bodo, dir nochmal danke für deinen Host und Dankeschön für 25 Monate. Danke, Bodo, vielen lieben Dank. Fox, der Hengst, dankeschön für die aktive Teilnahme auch bei dir. Sehr schöne Fragen. Danke dafür. Und, ja, dankeschön für 5 Monate. Bomber, Weidmannsheil, auch ein alter Weidmann, auch schon 15 Monate hier in meinen Jagdgründen unterwegs. Dankeschön, 15 Monate mit dem Verrückten. Warte, wer ist hier verrückt? Dankeschön, Bomber. Ja, dann habe ich selber meinem Kumpel Björn hier, äh, dann erstmal was, äh, ne, schenken. Ja, ich habe jetzt extra gerade nicht, damit die ganzen Bedankungen hier nicht. Oder soll ich trotzdem, wolltest du es trotzdem hören, wie ich mich bedanke, oder was? Ja, selbstverständlich. Ja, gut, und, äh, Felix, dir danke für 26 Monate, dann rolle ich hier auch schon mal schnell durch. Puh! So, dann habe ich alle durch. Dankeschön, wie gesagt, für die ganzen Subs und Resubs. Sorry, dass ich heute nicht direkt aufgegangen wäre, aber auch darauf eingegangen bin, aber wie gesagt, ich denke, das ist in eurem Interesse auch, äh, damit wir halt, äh, hier den Flow nicht unterbrechen, ja. Ja, ich danke auch, thanks for having me, wie man so schön sagt, ne. Ja. Und, äh, gerne wieder. Top eBayer. Ja, und, äh, Leute, jetzt nochmal ganz schnell für die, wie gesagt, sind sehr viele vor den Mark hier, ja. Ja, erstmal, hoffentlich habt ihr hier den Kanal gefolgt, meinem YouTube-Kanal und so, und Insta kann ich auch allen empfehlen, weil ich immer wieder vom Schießstand dort Storys und so raushau, ja. Ich bin zwar jetzt hier, ich habe jetzt keinen Shooting-Content in dem Sinne wie Mark, bei mir gibt es hin und wieder mal was vom Schießstand auf YouTube, ansonsten ist hier halt Gaming-Content hauptsächlich, all möglichen Kram, ähm, aber halt auch immer wieder halt, äh, ein bisschen Ballerei. Hi, und, äh, jetzt natürlich, Leute, haut, ähm, äh, Rob, du hattest da doch sowas Schönes vorbereitet, äh, von meinen Leuten, haut dem lieben Mark hier bei Twitch, bei YouTube, äh, haut da mal ordentlich hier die Follows und, äh, Abos raus, ja. Genau, also wir machen auch alle zwei Wochen mal einen Stream, ähm, zum Thema Waffenbesitz mit verschiedensten Themen, also wer da einfach mal Bock hat, der kann gerne hier auf Twitch auch zuschauen, es ist immer dienstagsabends um 8 Uhr, so wie heute jetzt, äh, der nächste Stream wäre dann schon, äh, nächste Woche Dienstag, also wer da Bock drauf hat, mal so ein bisschen bei den Waffen-Nerds reinzuhören, der ist natürlich herzlich willkommen, einfach hier auf Let's Shoot, glaube ich, äh, auf Twitch halt Let's Shoot Show und, ähm, auf YouTube einfach youtube.com slash Eisenfell, das ist so ein bisschen historisch gewachsen, die URL, oder einfach in der Kanalsuche oder in der Suche bei YouTube Let's Shoot eingeben, dann findet man mich auch, äh, bei mir geht's viel eben um dieses Waffenthema, also wer da einfach mal reinschauen will, ist herzlich eingeladen und wir haben auch eine ganz tolle Community und, äh, auch Discord, also wer da Bock drauf hat oder auch Fragen hat oder so im Nachgang noch irgendwie was wissen will, der kann uns, äh, immer gerne auf Discord irgendwie erreichen, also, falls da irgendwas offen geblieben ist, gerne einfach melden. Gut, ja, dann dickes, fettes Dankeschön, Marc, dass du direkt, man muss ja dabei sagen, als ich die Idee dazu hatte, ich hab Marc angeschrieben, äh, sofort, ja klar, geil, hätte ich mega Bock drauf, das war so ungefähr sinngemäß, denke ich mal, war ungefähr deine Antwort, äh, deswegen danke nochmal, dass du das mitgemacht hast, hat richtig Spaß gemacht und, ja, wie gesagt, äh, äh, es wird Zeit, dass wir zusammen auf den Stand gehen, vielleicht kann er hier, äh, wer war das jetzt, mit dem, mit Schwerte, Daniel oder was? Daniel, ja, genau. Ne, dass man zumindest sich vielleicht mal auf ein paar Tauben treffen kann, aber wie gesagt, wir kommen mit, äh, Bumpe und, ähm, ja. Also, zu Not kann ich sicherlich auch noch, falls es gar nicht geht, vielleicht sind ja auch noch Leihwaffen vorhanden, dann könnte man ja auch mit, mit Bockflinten halt drauf gehen. Ja, aber ich würde schon gerne mal mit meiner Benilli auftauchen, aber gut, wenn es gar nicht anders geht, dann, ja. Muss man sehen. Aber Trap, Trap, wenn es ein Trap-Stand ist, ist mit Pumpe schon relativ schwierig wegen der Jokung, aber muss man die Taube halt früh annehmen, dann geht's auch. Ja, ja, ich hab ja auch zylindrisch, ich hab keinen Jok bei mir, ne, die Super 90, äh, hat keinen. Ja. Gut, so, jetzt wird Zeit, 6 Uhr rappelt bei mir der Wecker, äh, alte Mann muss schlafen. Ich auch. Ja, alles klar, dann, äh, ja, danke schön, Marc, danke schön, Chet. Gerne, gerne, danke auch. Und, äh, gutes Nächtle, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss.